Hallo und herzlich willkommen hier zum Special beim TeleStammtisch. Ein Special, das ist so special, dass ich mir ganz besondere Gäste einladen musste und ein Thema, das eventuell ein bisschen viel Potenzial bietet und deswegen konnte ich mir da auch nicht irgendwen einladen. Heute geht es um Deadly Class. Und Deadly Class ist nicht nur eine Serie, die ganz aktuell bei Sci-Fi erscheint. Deadly Class ist außerdem eine Comic-Serie oder eigentlich müsste man sogar andersrum sagen. Deadly Class ist eine Comic-Reihe und diese Comic-Reihe findet aktuell eine Umsetzung als TV-Serie. Damit ich diese Comic-Reihe und diese TV-Serie, die wir in Teilen schon sehen und lesen konnten, also um es gleich auch vielleicht mal schon vorweg zu sagen, Der Verlag CrossCult, der ganz aktuell den Reprint von Deadly Class rausbringt, hat uns den ersten Band digital vorab zur Verfügung gestellt und auch Sci-Fi bzw. die zuständige Presseagentur war so nett, uns die ersten drei Folgen der aktuell laufenden Staffel zur Verfügung zu stellen. Auch die konnten wir uns vorab online anschauen. Das haben wir alle vier getan und beginnen möchte ich mit demjenigen, der uns von dort draußen zugeschaltet ist über das große, weite Internet. Jemand, der jahrelang sehr aktiv Comic-YouTube-Videos erstellt hat, der im Herzen zumindest auf jeden Fall noch ein Comic-Tuber ist und den wir hier zuletzt auch zu einer Besprechung hatten von einem, ich weiß gar nicht, wie der Film hieß, wird er uns bestimmt gleich sagen, Moin Marlon. Ich wünschte, ich wüsste noch wie der Film hieß, aber ich habe ihn leider selber vergessen. Er war mit Ben Kingsley, das weiß ich noch. Ja, hallo, ich begrüße alle Zuhörer und mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Sehr gut. Der zweite Mann in der Runde ist jemand, der bei uns jetzt echt dauernd auch Filmkritiken macht, der regelmäßig Singlecast einspricht. Heute habe ich erst die Aufnahme gekriegt zu Iron Sky 2, auf die ihr euch freuen könnt. Und jemand, der auch eine ganze Menge Comics liest, der Signaturen sammelt und eigentlich auch genau der Richtige für die heutige Besprechung ist. Moin Patrick. Oi. Guten Tag. Auch schön, dass du dabei bist und dass du auch die Sachen gelesen und gesehen hast und wir heute darüber reden können. Du warst ja auch schon bei unserer Besprechung zur Umbrella Academy mit dabei, wo ich ja ursprünglich behauptet habe, das wäre irgendwie was Ähnliches wie Deadly Class. Ob das so ist, das werden wir heute sehen. Und der dritte Mann in der Runde ist derjenige, auf den ich große Stücke halte, weil ich glaube, dass wir heute auch ein bisschen abschweifen können. Jemand, der ein wertgeschätzter Kollege von den Comic-Cookies ist, dort, also das Stammmitglied ist, die ganzen tollen Comics liest. Wir haben uns in Erlangen erstmalig persönlich, glaube ich, kennengelernt. Oder nee, Quatsch, zur Besprechung vorher schon. Ich war vorher schon mal hier heute bei dir zu Besuch. Der hat es uns nämlich die Gelegenheit gegeben, hier heute bei dir quasi uns selbst einzuladen, die Besprechung hier heute bei dir zu machen. am Rande des Universums, an der Stadt am Rande des Universums. Hallo, Leger Legende. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass wir dich heute ein bisschen belästigen dürfen und deinen Strom benutzen. Ja, ich stelle dir nachher eine Rechnung aus. Sehr gut. Kann ich alles irgendwo absetzen? Ja, stimmt. Das geht jetzt ja eben. Geht jetzt alles irgendwie. Ja, mal gucken. Vielleicht erstmal Einnahmen genutzt werden. Jo, nice. Jungs, vor mir liegt ein Comic und wir haben auch eine Serie geguckt und ich habe beides davon nicht gekannt, auch bevor ich mich jetzt eben quasi für unsere heutige Besprechung vorbereitet habe. Marlon, wie sah denn das bei dir aus? Du hast doch meines Wissens vor einigen Jahren schon mal einen Blick in den Comic geworfen, oder? Ja, das war in meiner krassen Indie-Comic-Phase. Da war ich so darauf aus, dass ich unbedingt irgendwelche Sachen von bekannten Autoren, also der Comic ist ja von Rick Remender geschrieben, einem relativ bekannten Marvel-Autor, der viel auch für Marvel geschrieben hat und dann dachte ich mir halt, ich lese das einfach mal. Ich habe es mir digital angeschaut und ich habe es dann leider aus den Augen verloren, aber mir hat es eigentlich damals wirklich gefallen. So ähnlich geht es mir auch mit Paper Girls aktuell. Das ist wieder auch extrem gehypt. Das ist ja in Deutschland irgendwie ultraschnell ausverkauft gewesen und das habe ich auch nicht weiter gelesen bisher, leider. Aber Paper Girls geht nicht so schnell weiter, das heißt, da kannst du irgendwann in einem Stück gut aufholen. Ja, das stimmt. Das hast du schnell. Und das ist ja eine Serie, eine Comic-Serie, die ursprünglich mal bei Panini erschienen ist. Hattest du also damals die Panini-Trades in der Hand oder wie war das? Nee, nee, ich habe mir die Sachen auf Comicsology gekauft gehabt, also auf Englisch, im Original. Ein moderner Mensch. Alles klar. Vor uns selbst liegen gerade die Original-Ausgaben, sag ich mal, also Original klingt so, als wäre das hier irgendwie so ein Qualitätsmerkmal. Das sind die Erstausgaben, genau, die wir ursprünglich 2015, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe. Genau, Band 1 2015, Band 2 2016. Sehr gut. Kaufen konnten bei Panini. Aus irgendwelchen Gründen ist das dann da aber nicht weitergelaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Absatzzahlen vielleicht nicht so geil waren. Und jetzt ganz aktuell und vielleicht in Zusammenhang mit der bald erscheinenden TV-Serie, gibt es die schon bereits erschienen TV-Serie. Sehr stimmt, stimmt, genau. Gibt es bereits die ersten, auf Deutsch gibt es, glaube ich, die ersten beiden Folgen. Heute Abend kommt die dritte. Heute Abend die dritte, wow. Also wenn wir das heute noch veröffentlichen, dann sind wir ganz tagesaktuell. Perfekt. Also quasi jeden Mittwoch, das habe ich gelesen, da kommt dann die neue Folge um 21 Uhr und um 20 Uhr kommt die Folge nochmal von der Woche davor, die dann quasi zur Einstimmung wiederholt wird. Ah, gute Idee. Und dazu gibt es seit dem 27.02.2019 offiziell jetzt eben auch den Reprint von CrossCult in einem, wie ich mitgeregt habe, ein bisschen kleineren Format. Ihr habt das schon in den Comicläden gesehen, Jungs, oder? Genau. Ich habe es beim Bizarro schon gehört, dass das ein etwas anderes Hardcover-Format ist und ihnen das ziemlich gefallen hat. Also das ist ein Softcover. Ja, Softcover und Paperback, meine ich. Also nicht so die normale, also CrossCult macht ja immer so etwas kleinformatige Sachen. Noch kleiner, oder? Nee. Nee, nee, ein bisschen größer als die normalen Hardcover von denen, aber schon ein etwas kleineres Paperback-Format kannst du wahrscheinlich mit Jano Roli das Veröffentlichungen vergleichen, würde ich sagen. Okay. Die Saison von Danny Books. Ich fand es schade. Ich war in der Erwartung, dass es ein schicker Hardcover-Band wird und wenn er es dann verkleinert, das auf typisches CrossCult-Format wäre auch cool gewesen. Aber ist halt so, wie es ist. Diese Bände kosten übrigens auch der Vollständigkeit halber 16,80 Euro. Wow, da hat sich jemand einen richtigen Stichpunktzettel gemacht. Ich bin sehr angetan. Wir haben es ja nur digital lesen dürfen. Das kann der Kunde auch gerne. Bei E-Book als Mobi Pocket kostet 9,99 Euro. Kann man über die CrossCult-Webseite direkt sich zulegen. Echt schade, dass ich kein Honorar zahlen kann. Wirklich echt super schade. Der Band hat wohl auch Abmessungen. 16 mal 24 Zentimeter, um es auch mal direkt klarzumachen. Und beinhaltet wohl 176 Seiten. Jo, das ist so ein bisschen wie bei den Filmkritiken, wo ich erst mal erzähle, was da jetzt so die Basics sind. Wie die FSK-Freigabe und so weiter ist. Und vielleicht sollten wir uns jetzt mal... Ab wie vielen Jahren ist er empfohlen? Ab wie vielen Jahren ist er empfohlen? Ich weiß nicht, wie man Comic-Stology ausspricht, aber bei denen steht ab 17 Jahren auf dem US-Markt empfohlen. Das glaube ich aber. Ist schon ganz schön düster und brutal. Also es ist ja ein Schul-Comic, aber der ist jetzt nicht unbedingt für Schüler gedacht, vom Alter her. Ja, aber wo wir gerade dabei sind? Wer hier mag denn mal versuchen zu beschreiben, wovon Dadly Class eigentlich handelt? Wir fangen mit den Comics an. Das mal vorab. Da gibt es ja unter Umständen noch Unterschiede zur Serie. Marlon, willst du vielleicht mal gucken, ob du uns die Geschichte, also die will jetzt nicht die ganze Geschichte hören, aber so das Setting mal beschreiben kannst? Ja, also das Setting ist im Endeffekt Harry Potter für Erwachsene. So habe ich es mir die ganze Zeit schon gedacht. Er spielt halt in den 80ern und es geht halt um eine Schule für Auftragskiller sozusagen oder für Killer allgemein. Und ja, ich weiß es nicht, ich müsste jetzt etwas weiter ausschweifen, um das genauer so zu sagen. Wollt ihr vielleicht ergänzen? Ich bin ja für Ausschweifung da, aber wenn wir jetzt noch nicht anfangen wollen zu ausschweifen, dann... Wann dann? Wann dann? Wann dann? Ja, genau. Also vielleicht fangen wir einfach mal an. Es gibt ja, also wir spielen in den 80ern. 87 ist der Acid Trade mit dem Titel Tödliches Klassenzimmer 1987 Reagan Jugend beziehungsweise jetzt ja ganz aktuell eher nur die Akademie der Tödlichen Künste. Der Reprint hat also einen anderen Titel als die Ausgabe bei Panini damals. Und im Zentrum steht der junge Markus, oder? Ja. Richtig. Im Zentrum von was steht der eigentlich? Des Universums. Der Geschichte. In der Stadt am Rande des Universums. Hier sind wir ja am Rande. Hier können wir nicht direkt beobachten, was im Zentrum steht. Da müssen wir schon in den Comic gucken. Der steht im Zentrum der Geschehnisse. Sehr gut. Also ehrlich, Deadly Class, das sagt ihr vielleicht auch schon. Also wir haben ja eine Klasse vor uns. Das ist vermutlich eine Highschool-Klasse. Das sind relativ junge Leute. Wenn ich das Alter einschätzen müsste, ich weiß gar nicht, ob das genannt ist, ich kenne mich da auch gar nicht so genau aus, mit entsprechenden Altern, die man so hat, wenn man auf entsprechende Schule geht, in den Staaten, also auf Highschools. Die sind vermutlich so um die 16. Vielleicht sind die auch 17, vielleicht sind die auch 15. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ich glaube im ersten Band, wo du noch erwähnt hast, Markus 15 ist, oder? 15, ja super. Habe ich ja optimal geraten. 14 sogar. Der hat Geburtstag. Also auf den ersten Seiten hat er Geburtstag. Ach ja, das war das, wo der Penner in den True Cloud. Wir können die ersten Seiten ja mal so ein bisschen zusammenfassen, was passiert da eigentlich? Patrick, magst du uns vielleicht, Markus, mal vorstellen, was ist auf den ersten Seiten los? Wer ist das? Also man merkt, Markus lebt unter ziemlich arm Verhältnissen. Er lebt quasi neben den ganzen Pennern in der Gosse und er hat quasi Geburtstag und ein Penner will ihm dann direkt seine Schuhe klauen und dann wacht er auch schon ziemlich schnell in dieser Akademie auf, weil er anscheinend dadurch, dass er diesen Penner nicht getötet hat, sondern davon kommen lassen hat, das Interesse von diesem Großmeister quasi geweckt hat. Jawohl, genau. Da hat er sich wohl entschieden und davor wurde er schon scheinbar eine ganze Weile beobachtet und beobachtet wurde, dass er wohl ... Ja, und dieser Großmeister sagt ihm, ja, du kannst jetzt wieder ein Leben in der Gosse führen oder du lernst hier und pass dich unseren Regeln an und du wirst ein richtig erfolgreicher Auftragskiller. Killer halt. Ja. Im Dienste der ... Wem? Im Dienste der Kings Dominion Academy. Yes. Die ist das. Also so heißt diese Schule, an der die alle sind und man kann einfach mal sagen, dass es jetzt quasi diesen Zeitpunkt gibt, wo nicht nur der Markus als Hauptcharakter, sondern auch der Leser quasi bombardiert wird mit Situationen, die alles andere als gewöhnlich sind und brutal sind. Man muss sich, sowohl der Markus als auch der Leser, muss sich damit anfreunden, dass er eben jetzt hier in einer Klasse untergebracht ist, in einer akademischen Einrichtung, deren Ziel es ist, Serien ... nicht Serien-Killer, aber Auftragsmörder aufzubilden und die darin auch kein größeres moralisches Problem sieht. Ja, es gibt diese eine Einschränkung, der Lehrmeister sagt ihnen, wenn ihr Schüler außerhalb umbringt, ohne das genehmigt zu kriegen, dann gibt es einen Schulverweis und ihr werdet am nächsten Tag wahrscheinlich umgebracht werden. Das ist so die einzige Ausnahme da. Ist Schulverweis schlimmer oder hat das hinterher umbringen schlimmer? Also Schulverweis ist schon übel. Ja. Ja, also der Markus hat halt als Hintergrund, was wir als Leser genauso knapp und kurz nur am Rande mitkriegen oder als Fernsehzuschauer, was vorher geschehen ist, wie auch der Lin, der Master von der Schule. Heißt, wieso Master? Master Lin, ja. Master Lin. Der ist ja aus irgendeinem Kinderheim weg, was niedergebrannt wurde und wo Menschen gestorben sind und da ranken sich jetzt Legenden um den Markus, das heißt, der den natürlich einfach kaltblütig umgebracht habe. Ob das stimmt oder nicht stimmt, das müssen wir noch viel weiterlesen, viel weitergucken. Das ist unklar. Ich denke, wir führen das auch nicht viel weiter aus. Vielleicht spoilern wir sonst noch ungeplant die Serie. Das ist ja aber das, was in den ersten Minuten gezeigt, gesagt, geschrieben wird. Ja, aber ich meine, dass wir die Origin dann nicht spoilern. Gut. Ja, müssen wir mal gucken, was man hier im Detail einfach verrät quasi, denn letztlich gibt es schon, wir haben jetzt drei Folgen gesehen, das ist eigentlich überhaupt nicht repräsentativ. Wir haben den Eindruck, den ersten Eindruck davon, wie die Serie atmosphärisch aufgebaut ist, was für Charaktere uns gezeigt werden. Da werden auch plötzlich in der dritten Folge dann auch nochmal ganz neue Charaktere eingeführt, die ganz wichtig zu sein scheinen. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so genau. Und auch in den Comics ist das so, dass verschiedene Charaktere in späteren Bänden, wir haben in den zweiten jetzt auch schon reingeblättert, wo wir die alten Ausgaben noch hatten, da auch plötzlich eine wichtige neue Rolle spielen und auch das Untereinander sich noch ein bisschen verändert. Aber ich persönlich sehe jetzt die Gefahr gar nicht so groß, dass wir da was wegspoilern. Denn ich habe schon das Gefühl, dass die auch ordentlich Alleinstellungsmerkmale haben, die beiden Dinger. Ja, und ich habe mich bei der Serie so ein bisschen leider unangenehm an Marvel's Runaways, an die Serie erinnert, gefühlt. Einfach weil sie ein bisschen zu viel Background auch anderen Charakteren gönnen, die in den Comics jetzt nicht wirklich großartig beleuchtet werden. Also ich bin da wirklich gespannt, ob die sich da verzetteln oder nicht. Weil für mich war da die Gefahr groß. Weil bei Marvel's Runaways, da haben die dann auch diese Erwachsenen quasi auch näher beleuchtet, was hier auch so ein bisschen eine Parallele ist. Und ich weiß nicht, ob die jetzt da wirklich das zu sehr machen. Mich hat es die ganze Zeit so ein bisschen an Riverdale erinnert. So von der Aufmachung ein bisschen. So von der Idee dahinter. Also ich meine, das originale Material ist natürlich ungefähr dasselbe wie die Serie. Während halt Riverdale so ein Archie komplett verschiedene Sachen sind. Aber irgendwie habe ich so die ganze Zeit dran denken müssen, an Riverdale so ein bisschen. Von der Erzählstruktur so. Mich hat das am Anfang sogar ziemlich an einen alten John Carpenter-Film erinnert. Also auch von der Musikuntermalung und so. Ich dachte in den ersten Minuten, wow, ich bin drin, weil mich hat das so abgeholt, so dieser John Carpenter-Mix, gemixt mit Videospieloptik und so. Da war ich ziemlich schnell drin und dachte, ja, okay, wenn die dieses Tempo halten, dann bin ich dabei. Dann macht das Spaß. Aber dann ist es auf einmal so ein bisschen Highschool-Drama geworden, wie du es schon gesagt hast, so ein bisschen wie Riverdale. Ist Riverdale mehr so atmosphärisch, der Vergleich, den ihr ziehen wollt? Oder von, warum gerade jetzt auch zu Riverdale? Das ist dann so meines Wissens mehr so Teenies in einem Dorf, die glaube ich gegen Monster kämpfen, ne? Noch nicht mal. Nee, nee, wir ziehen diesen Vergleich wegen diesen Klischee-Archetypen, die da aufgefahren werden von den Schülern, die sich da tummeln. Und das ist eben bei Riverdale auch gegeben. Dass es dann zum Beispiel diesen einen gibt, der diesen totalen Ehrenkodex hat, dann wieder der eine, der in der Motorradgang ist und so. Hier solche Archetypen hast du auch bei Deadly Class in der Serie ziemlich. Aber ist das nicht uramerikanisch für das Typische von deren Schulen, was ich jetzt hierzulande gar nicht so kenne? Und ich kenne es von Buffy und sonst was. Ja. Und Riverdale ist halt natürlich einfach die Ecke, wo Archie zur Schule geht und Co. Also ich habe Riverdale jetzt nicht gesehen. Ich meinte auch, dass es halt so der Fokus ab und zu so auf die Erwachsenen gelegt wird. Das ist halt auch in Riverdale. Ich meine, in Archie-Comics, keine Ahnung, das waren das halt die Eltern. Und da sind es halt auch dann irgendwelche Intrigen unter den Erwachsenen die ganze Zeit in Riverdale. Ja. Und das meinte ich halt auch. Vielleicht gucke ich dann gar nicht Riverdale. Also ich will Fokus auf die Schüler, die es so schwer im Leben hat. Ja, komplett wird mich dafür zu tun, dass ich auch noch hartes Schicksal habe. Darauf müssen wir später mal zu sprechen kommen, denn es ist tatsächlich einer meiner großen Kritikpunkte, vor allem an der Serie, was mich ja auch ein bisschen stört daran. Ich kann mir vorstellen, dass ich eventuell auch die negativste Meinung von allen habe. Weiß ich nicht so genau. Ich habe ja den Fehler begangen bei unserer Besprechung, Patrick, die als wir vor kurzem die Umbrella Academy besprochen haben, habe ich es gewagt zu behaupten, dass wir ja demnächst auch Deadly Class besprechen. Das ist ja eigentlich genau dasselbe. Junge Menschen, die irgendwie ausgebildet werden, Abenteuer erleben. Aber es ist absolut überhaupt nicht dasselbe. Ganz im Gegenteil. Gerade die Serien unterscheiden sich aus meiner Sicht gravierend. Aber den Eindruck, den hatte ich nach den Trailern schon. Ich weiß nicht, ob du die Trailer gesehen hast, aber siehst du auch Gemeinsamkeiten? Wo siehst du die krassesten Unterschiede? Ich sehe die Gemeinsamkeiten nur darin, dass da Leute zu Maschinen hochtrainiert werden. Aber das war es dann auch schon. Und man kann dazu sagen, dass bei Umbrella Academy, da war ein höherer Handlungsbogen, denen haben sich diese ganzen Charaktere untergeordnet. Also bist du da auch besser bei der Stange geblieben? Bei Deadly Class, da weiß ich noch nicht, wo es hinführen soll. Bin da noch so ein bisschen mit so einem Fragezeichen. Okay. Ich denke, wir gehen jetzt mal einzelne Charaktere durch. Wir müssen gucken, wie weit wir da ins Detail gehen. Aber es sind ja doch eine Menge. Legal Legenda hatte bereits angedeutet, dass wir hier so Archetypen mehr haben, die wir uns ein bisschen so unterteilen. Diese Highschool-Archetypen. Auch Klicken. Klicken, genau. Also sowohl die Klicken selbst, die so ein bisschen auch in einem gewissen Rahmen Ethnien darstellen, ja auch irgendwie. Und natürlich auch so typische Rollen, die es an Highschools gibt. Also wenn ich an Highschool denke und an Highschool filme, ich war noch nie in einer Highschool. Das liegt vielleicht daran, dass ich in einem anderen Land aufgewachsen bin. Aber da gibt es dann immer den Bulli, da gibt es dann den Sportler, da gibt es Cheerleader, da gibt es die coolen Goths und die auch irgendwie die coolen Punks sind. Und ganz viele weitere Gruppen, über die wir hier mal quatschen sollten. Markus ist derjenige, von dem ich vielleicht jetzt sagen würde, er ist so mit der Normale. Er kommt an die Schule, ist noch zu keiner Gruppe zugehörig. Ja, okay. Er ist vielleicht derjenige, der so von der Straße kommt, der einen gewissen Ruf mitbringt. Er hätte schon x Leute getötet. Und alle haben zumindest zu Beginn einen gewissen Respekt vor ihm. Ob der begründet ist oder nicht, das müsst ihr jetzt an der Stelle mal selber erfahren. Aber er kommt an eine Schule, die natürlich etablierte Strukturen hat. Und diese etablierten Strukturen sind ja letztlich auch die Gruppen, die wir haben. Patrick, vielleicht kannst du mal eine dieser Gruppen nennen und mal so ein bisschen erklären, erzählen, was die eigentlich so machen. Vor allem die wichtigsten. Ich denke, da muss man jetzt auch nicht jeder raus. Nö, nö. Also es gibt zum Beispiel die typische Latina Gang und es gibt auch natürlich die Femme Fatale, die natürlich von den Schulmobstern direkt geschützt wird und der sie bedroht. Und natürlich kommt die dann regelmäßig näher. Wen genau weinst du? Wie heißen die? Nee, nee. Ich meine, bei der Serie gab es noch so eine Art Latina Gang. Wir fangen jetzt hier bis die Comics an. Wir wollen uns ja an denen erstmal orientieren. In den Comics gibt es die genauso. Oder soll ich einfach mal irgendwas vorlesen? Soto Vatus, Kartellkits. Chico hat das Sagen. Sein Dad ist der schlimmste Drogenboss in Südamerika. Maria ist sein Mädchen. Offenbar hat sie irgendwie eine Art Lernschwäche. Aha, das sind die... Das ist die Clique. Das ist die Clique, genau. Versucht das zu finden. Die junge Frau, die du gerade angesprochen hast, ist ja eigentlich Maria Salazar, glaube ich, ist das. Maria, Maria. Genau, Maria. Maria ist extrem sexy. Maria hat irgendwelche südamerikanischen Wurzeln oder ist Südamerikanerin. Sie tanzt in diesen typischen Kleidern irgendwie auch oben. Ist immer so geschminkt. Also wer dieses Totenfest, nenne ich es mal, Delamorte, irgendwas heißt dieser komische Feiertag. Der Tag der Toten. Dias Delamorte. Merci. Dias Delamorte. Genau, den wir zum Beispiel auch bei diesem, wie hieß dieser Pixar-Film? Coco. Coco, genau. Bei Coco hat er eine große Rolle gespielt. Und da ist sie halt eben voll mit darin. Sie ist eine gute Kämpferin, sie ist heiß und sie begehrt den Hauptprotagonisten Markus. Das muss man zu ihr wissen. Dann haben wir zum Beispiel, wen haben wir denn noch? Wir haben noch den Dixi-Mob. Der Dixi-Mob, das sind die Rednecks. Ja. Mit einem starken Nazi-Einschlag. In der Serie ist das, glaube ich, auch die Hübsche, kann man so sagen. Die Mädels in den krassen Kleidern, die immer schon Ballkönigin gewesen sind, die auch nicht jeden so reinlassen, in ihre Clique, in ihre engere Crew, die, also in einem anderen Highschool-Film, während einem Highschool-Film, wären das wahrscheinlich so die Cheerleader, würde ich sagen. In dem Fall sind es gar nicht so die Cheerleader, oder? Ja, so diese Bitch-Klicke quasi werden das. Wobei doch, wir haben ganz zu Beginn eine Cheerleading-Szene, glaube ich, die ganz kurze. Ja, und du hast auch in der Serie später so eine Szene, wo sie diese Chinesen da am Abschluss bei richtig mobben und in so Klamotten zwängen. Also da hast du dann wirklich so dieses typische Highschool. Aha. Sag mal, Legele-Gerne, würdest du gerne mal die weitere Gruppe da mal machen? Ansonsten gibt es noch eine wichtige Gruppe, das ist FWO, das ist Final World Order und da der Anführer, das ist auch der, der dann ein Kumpel von Markus wird, das ist der Willi. Ist der Willi oder Winnie? Willi, gell? Ja. Willi. Willi Lewis. Yes. Genau, und die sind einfach die coolen, die hören die ganze Zeit Rap, man hört nämlich Rap, das muss man machen, wenn man diese Klischee-Klick reinhört. Und gerade in den 80ern. Wenn man den ersten Trait gelesen hat, dann weiß man auch, das ist eigentlich völlig scheißegal, jetzt welchen Rap man hört, hauptsächlich er ist aktuell und der neuste heiße Scheiß und das muss auch gar nicht das alte Original sein, das richtig oldschool ist, hauptsächlich cooler Rap. Und Markus hat dann im Kontrast dazu, er hört eher so dieses, man könnte schon fast sagen, diese Emo-Musik, wo er dann von Willi aufgezogen wird, ja, was hörst du denn diesen Mist? Und dann hat er gemeint, ja, wenn du ein Mann bist, dann kannst du auch zu deinen Tränen stehen, irgendwie so diese Kitsching, die Heloge. Ja, Mala, und dann haben wir ja noch diese Asiaten, irgendein Syndikat, Kuroki. Genau, da bin ich auch gerade am überlegen, wie man das am besten ausspricht. Das Kuroki-Syndikat, ja, das sind halt sozusagen die, es wurde in der Serie, glaube ich, so erklärt, dass es halt die Kinder von den ganzen asiatischen Gangs sind, von der Yakuza und was es sonst noch gibt. und ich glaube, die Anführung von der Gang ist ja die, Zaya hieß sie, glaube ich? Ja, genau. Genau, die, ja, spielt halt irgendwie so eine, also die wirkt halt so unerreichbar die ganze Zeit, gegenüber allen Charakteren, aber im Endeffekt ist sie halt eigentlich auch so, so die ganz nette. Zu den restlichen Gangmitgliedern, ich weiß nicht, das wurde ja bisher noch nicht so richtig thematisiert, so wie ich das aufgenommen habe. Ja, ist richtig, die haben irgendwie noch nicht so viel Primetime gekriegt, sage ich mal. Das ist ja quasi die junge Union der Yakuza. Ja, kann man so sagen. Das ist fast schon GTA Lite, wenn du so willst. Sorry. Und du hast mir gerade hier noch ein Bild gezeigt auf eine Gruppe, die wir unbedingt auch ansprechen sollten, Patrick, ne? Ja, aber ich, das war auch für ihn so das Zeichen, dass er die Ratte ist. So habe ich das auch verstanden, dass sie ihn einfach nicht willkommen heißen, ihm das zwingen, die tote Ratte. Das ist wohl irgendwie so eine Gruppe, wenn man, ich glaube in der dritten Folge wird das aber thematisiert, ich glaube die Rats ist eine richtige, irgendeine Form von Organisation, also nicht Organisation oder Gruppe, aber das ist schon eine auch seitens der Lehrer aversierte oder geplante Gruppe, die es geben muss in dieser Struktur von dieser Akademie. Ich weiß nicht genau, wer dazugehört, wenn ich das richtig verstanden habe, also sagen wir mal so, ohne jetzt zu sagen, was da genau passiert, aber es gibt in der dritten Folge ein Gespräch zwischen dem Lehrer und dem Schulleiter und da sagt dieser Lehrer auch was über diese Rats, also es ist definitiv schon eine fest etablierte Gruppe, die irgendwie auch noch eine größere Aufgabe oder was zu haben scheint, keinen blassen Schimmer. Irgendwie ein Machtgefüge anscheinend zu rütteln scheint, hatte ich das Gefühl. Crazy Shit. Das sind halt die Verrückten im Endeffekt, die mit den großen Vorstellungen, die halt wirklich was bewegen. Genau. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Punks und Goths. Die, denen sich Markus, wie es scheint, letztlich am ehesten zugehörig fühlt. Das ist zum Beispiel der Billy, glaube ich. Billy Bell. Also ich weiß es nicht mehr so ganz genau, wie es ein Comic gewesen ist, aber war es in der Serie nicht so, dass auch diese Punks und Goths den Reds angehört haben? Mehr oder weniger. Also Reds sind ja alle, die in der Schule kein hohes Ansehen haben. Genau, die halt normal waren. Den Bodensatz, genau. Also jeder läuft, stortiert ja über den Schulhof und über die Gänge so, als guckt mich ja nicht blöd von der Seite an. In der Schule ist das auch so, aber in dieser Schule musst du ja Angst haben, dass sie einen umbringen. Und die, die dieses nicht so an den Tag legen, weil sie eh die Untersten sind, weil sie eh keine Chance haben, weil ihnen den bösen Blick eh keiner glaubt, das sind dann die, die an der Schule lieber hinten an den Friedhof sich zusammenhocken. Und da ihr Krüppchen sich bilden. Fast schon Knast-Hierarchie, wenn du so willst. Oder Schul-Hierarchie. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Eben, ja. Und die ist sehr strikt. Es geht ja schließlich auch um Leben und Tod. Ja, und um Leben und Tod geht es dann auch in den Unterrichtsinhalten. Die haben also jetzt nicht Mathe, Deutsch und keine Ahnung, Naturwissenschaften. Also vielleicht haben sie das auch, aber scheinen sie nicht zu brauchen. Das ist für uns Zuschauer und Leser uninteressant, was in Mathe gelehrt wird. Und deswegen wird uns eher gezeigt, was in Giftmischerei gelehrt wird, was in Psychologie eines Assassinen gelehrt wird. Und was gibt es noch für Unterrichtsstunden? Äh, genau. Psychologie eines Attentäters, genau. Dann zweite, das war die erste Stunde. In der zweiten Stunde hatten sie Enthaupten. Ja, genau. In der dritten Stunde Giftmischen. Aber Enthaupten ist auch ziemlich schnell dargestellt. Das ist im Comic, als es vorgestellt wird, nur zwei Pendel lang. Da ist auch nicht gut. Klar, was Enthaupten ist. Ja. Was haben wir noch? Ja, dann gibt es noch einen Nahkampf. Natürlich müssen die auch im Nahkampf gut sein. Da gibt es auch so, ich sag mal, Judo-Einheiten, aber in Extrem. Ja, also da gibt es dann auch richtig voll auf die Zwölf. Mhm. Und dann kriegen sie irgendwann, das ist auch Teil des ersten Trades, kriegen sie eine Hausaufgabe. Oh ja. Ja. Die Hausaufgabe ist, bring jemanden um. Marlon, machst du mal versuchen zu erklären, was da passiert? Ähm, soll ich wirklich ins Detail gehen oder einfach nur sozusagen diese Prüfung beschreiben? Also ich sag, das würde ich ganz sicher tatsächlich mal dir überlassen. Wir reden hier vom ersten Trade. Das ist eine Reihe mit mehreren Heften und ich finde, wenn wir hier auch dann mal erzählen, was in so einer Hausaufgabe im ersten Trade passiert, das wäre ein aus meiner Sicht vertretbarer Spoiler. Ja. Also die erste Hausaufgabe, die halt in dem Trade im Endeffekt vorkommt, ist, ähm, das Ganze wird ja so, zumindest in der Serie mit dem Ersten Weltkrieg so in Verbindung gebracht, so, ja, wen würdet ihr umbringen? Entweder den Präsidenten, ähm, oder den Mörder oder den Kinderschänder, so, das ist halt in der Serie dargestellt. Ähm, und die Hausaufgabe ist halt dann im Endeffekt, ähm, such dir eine Person aus, eine schlechte Person, die es verdient zu sterben, bringe sie um, äh, lass sie verschwinden und, äh, bringe einen Beweis sozusagen, dass du ihn umgebracht hast. Das ist die Aufgabe. Und, ähm, es gibt halt diesen, also, wie gesagt, Markus lebt halt anfangs der, am Anfang des Comics und auch bei der Serie auf der Straße und hat sich da halt dann so eine Gruppe eingefügt von Obdachlosen, in der halt auch eine ziemlich starke Hierarchie herrscht, eine ziemlich grausame sogar. In der TV-Serie. Und, und er beschließt halt im Endeffekt, ähm, sozusagen diesen, diesen Anführer dieser Obdachlosen-Gang, ähm, als, ähm, seine Hausaufgabe zu benutzen. Genau. Ihr merkt schon, das ist eine, auf jeden Fall eine morbide Serie. Das ist eine, ich sag's noch nicht, es ist eine brutale Serie letztlich ja auch und wer ist daran schuld? Ein Name, den wir vielleicht mal erwähnen sollten, denn wir reden hier gerade über den Comic, das Ganze hat ja auch einen Autoren, nämlich Rick Remander. Yeah. Ich hab's am Anfang schon angesprochen. Ja. Okay. Und dann sollten wir auf jeden Fall mal eingehen. Wir haben auch ein elementares Detail zu Marcus ausgelassen, er will Ronald Reagan umbringen. Ich dachte, ich dachte, da wollte man auch gleich drauf. Ja, hast recht, weil er derjenige ist, der was zu verantworten hat. Genau. Wenn wir erstmal über... Gerade dafür wird er auf der Schule richtig gemobbt und gehänselt, ja, haha, der will Ronald Reagan umbringen. Also, der kriegt dafür ordentlich auf die Schnauz und buxiert sich damit ziemlich ins Aus zu der Trash-Gruppe, wenn man so will. Will den Präsidenten töten. Ja. Aber jetzt nochmal zu Rick Remander. Jo. Den kennt man ja nur wirklich mal. Der hat ein paar Sachen gemacht. Wenn man hinten drin blättert, dann findet man ganz viele tolle Sachen, die der gemacht hat. Keine Ahnung, was ist da dabei. Er war Co-Autor bei Punisher War Journal zum Beispiel. Hat generell Punisher Sachen gemacht. Er hat bei den Avengers, diversen Avengers-Serien mitgearbeitet. Hat den Winter Soldier, glaube ich, erfunden. Weiß ich nicht, aber zumindest hat er diesen... Er hat er mitgekriegt. Er hat die Winter Soldier-Reihe auf jeden Fall maßgeblich mit geprägt. Bei diesem Access, also Avengers and X-Men hat er mitgemacht. Und wie gesagt, jetzt eben, also Deadly Clasp. Woher kennt man die noch? Habt ihr noch andere? Gotham Central, da ist er Co-Autor. Bei was? Gotham Central. Das ist so eine der besseren Batman-Serien der letzten Jahre. Das ist quasi Batman mit realistischen Anstrich. Es geht so um diese Polizeieinheit von Batman. Und die Bösewichte wirken da halt krasser, weil die spärlich eingesetzt werden. Und wenn Mr. Freeze jemanden einfriert und dann zerkloppt, dann wirkt das eben heftiger als wenn Robin sich mal wieder befreien kann. Geil. Hab ich auch noch nicht geguckt. Ihr ganzes Hausenguck. Das ist ein Comic. Das ist eine Comicreihe. Den hab ich auch noch gelesen. Die kann ich sehr empfehlen. Wobei den ersten hatte ich damals gelesen, aber danach muss noch viel ist leider eingestellt worden, aber ich konnte, ich kann die Reihe sehr empfehlen. Nee, 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 die gab's doch wieder im Reprint. Ich hab die komplette Reprint-Reihe, eine von den Reprints, die Panini auch zu Ende geführt hat. Gibt's. Ich hab die sechs oder sieben Bänder alle Ja, nein, aber diese Serie wurde in den USA eingestellt. Ach so, ja gut, das stimmt. Die wurde zu einem Vorläufe. Ja, das ist schon länger her, aber ich mochte die Reihe ziemlich. Also die kann ich bedenkenlos empfehlen, wenn man mal Rick Remender lesen will. Da ist echt gut dabei. An dieser Stelle ganz kurz noch minimal ausschweifen dürfen. Der Typ hat halt früher Anzeichen-Trickfilme mitgemacht, wie dieser Iron Giant, Anastasia oder Titana E. Dann hat er in den 90ern Comics gemacht von dem Vailant Verlag. Der ist ja heutzutage erstmals ein bisschen in Deutschland halbbekannt. Irgendwas ist mir in meinem Mikro anders als eben noch. Und hat ansonsten ein Home-Studio Wo ist es? Was wollte ich denn jetzt sagen? Das heißt Giant Generator und jetzt seid ihr ja Filmgucker und ich nicht so oder Seriengucker. Was heißt denn es, wenn beim Vorspann immer steht Teleplay bei Rick Remender? Was ist ein Teleplay? Ah, Writer. Also Teleplay ist Writer. Das heißt also Also der hat nicht nur bei Das finde ich gut. Er hat nicht nur bei Gotham irgendwo mitgeschrieben und so weiter, sondern auch bei dieser Deadly Class Fernsehserie mitgeschrieben und hat nicht nur Deadly Class als Comic noch geschrieben, sondern als er dann irgendwann mal bei Marvel seine große Zeit gehabt hatte, da hat er übrigens auch noch gemacht, was wäre, wenn Venom in Deadpool gesteckt hätte. Das finde ich erwähnenswert. Okay. Dann ist er halt bei Image ganz gut gelandet, nachdem er Fear Agent früher mal gestartet hatte, bei Dark Horse da mit war und jetzt wieder bei Image ist und hat da auch Deadly Class Tokyo Ghost mit dem John Murphy gemacht und Low und Black Science. Ja, genau. Alles saugeile Serien. Black Science, oh ja. Das muss man alle gucken und das Logo von dem Giant Generator ähm Also dieses Homestudio namens Giant Generator, das ist so ein Tesla-Turm, nämlich dieser große Generator. Das finde ich auch geil. Interessiert zwar keinen, ist auch nicht wichtig, aber das ist ein Detail, das bei Abschweifung erwähnt werden darf. die wir auf jeden Fall erwähnen sollten. Genau. Und das kommt auch immer am Ende oder am Anfang von einer TV-Serie in Folge von Deadly Class. Einen Teil der Sachen habe ich ja gelesen und ich muss sagen, davon war aber nichts so brutal wie das, was ich jetzt bei Deadly Class mitgenommen habe. Also zu besorgen, das wäre morbide, ist eigentlich absolut untertrieben. Darauf werden wir vielleicht gleich, können wir eigentlich irgendwann zu sprechen kommen. Es ist ein relativ brutaler Kommen. Ich meine, es geht um Serienmörder und ich habe gerade gemeint, es gibt da offensichtlich keine größeren ethischen, moralischen Bedenken, Menschen umzubringen. Klar, es wird in irgendeiner Form immer in so ein Selbst, also es gibt schon, es darfst nicht jeden umbringen, einfach so, es muss schon Grund geben, es muss ein echt böser Mensch sein und so. Aber letztlich ist es alles, was du brauchst, um dir selbst und gegenüber deinen Auftraggebern oder Lehrern eine Begründung zu haben, warum du jemanden umbringst der Panini-Ausgabe. Ich weiß nicht, ob das Interview auch in der aktuellen Cross-Cult-Ausgabe gedruckt ist mit Rick Remender, wo er eben so ein bisschen was sagt und letztlich sagt er, er wollte die Brutalität, die er in seinem Leben kennengelernt hat, denn er ist in L.A. aufgewachsen und geboren. Da sind Leute, in seiner Gegenwart haben da Kopfschüsse gekriegt, er hat mitgekriegt, wie sich Leute selbst umgebracht haben, Drogen, er selber wurde mehrfach verprügelt und diese Eindrücke, die er in diesem Alter, vermutlich auch 14, 15, 16, so wie die Protagonisten der Serie, das wollte er ja jetzt hier in einen Comic packen. In anderer Form ist das das Nachwort im Comic bei Cross-Cult auch drin, aber nicht so ausführlich, wie du es gerade sagst. Also der ist halt Punker in den 80ern gewesen, hat es da an Schulen und Co. schwer gehabt, weil das alles arg brutal war und das wollte er halt gefühlt in einer Schulstory erzählen, weil er zu der Zeit auch in der Schule war und hat gedacht, da passt das doch, wenn man da Deadly Class zunimmt. Im Vorwort hat dann der Stray Bullets-Autor David Leppel auch geschrieben, so gut kennt er ihn jetzt nicht, aber er vermutet auch, dass es auf seine Jugend zurückgeht, hat er genau richtig gelegen und der Deadly, nein, nicht Deadly Class, der Stray Bullets-Autor hat auch mal an American Splendor Volume 2 eins und zwei Hefte geschrieben und American Splendor kommt auch in der TV-Serie erwähnt, ganz kurz als, wie heißt das, wenn man das verankert in die 80er, als Erwähnung vor. Referenz oder Reminis sowas, irgend sowas da genau. Die Fachworte müsst ihr einwerfen, ich kann nur abschweifen. Also ihr merkt schon, total komplex und der Typ ist eigentlich auch einer von den guten Autoren, so dass man da auf jeden Fall mal reingucken muss, der schreibt halt echt schon eine ganze Zeit und der schreibt auch die richtig guten Dinger und so und deswegen war das für mich eigentlich selbstverständlich, dass ich mir Deadly Class mal ein bisschen genauer angucke, als mich die Agentur beziehungsweise der Pressesprecher da angeschrieben haben und das freut mich auch, dass wir es alle geschafft haben, uns das mal zu geben. Jetzt ist es halt eine mega brutale Serie, so, das habe ich jetzt schon erwähnt und wir können eigentlich gleich mal in so die Sachen reingehen, also wenn wir jetzt die Comic mal bewerten sollen, dann müssen wir uns zum Beispiel über das Artwork unterhalten. Ja, ich finde die sind völlig unterschiedlich brutal, was TV-Serie und Comic angeht. Ja. Völlig unterschiedliche Brutalität. Was findest du brutaler? Ich glaube, das ist eine Empfindenssache allgemein und speziell liegt es vielleicht auch an der eigenen Stimmung, worauf man gerade empfindlich reagiert. Also ich glaube, dass die insgesamt bestimmte Sachen im TV nicht zeigen, weil das vielleicht zu abgedreht wäre und damit müsste theoretisch der Comic brutaler sein. Aber extremer. Da sage ich dann, dadurch, dass der Comic schon direkt eine cartoonige Optik hat, wirkt das auf mich schon irgendwie Slapstick-artiger. Dadurch wird das für mich schon ein bisschen gemildert. Das ist so ein bisschen dieser Tom-und-Jerry-Effekt für mich. Ja. Manchmal auch einfach nur der, von Panel zu Panel der Szenewechsel im richtigen Moment oder sowas. Da kann man schon sagen, das fand ich zum Beispiel in der Serie cool gelöst, dass sie die Rückblenden teilweise in so Zeichentrick-Sequenzen gebracht haben. Das fand ich total cool, das muss ich auch ehrlich sagen. Also das war richtig gut gemacht, gute Idee. Im Comic sind die Rückblenden auch in einem minimal anderen Zeichenstil, aber dadurch, dass die TV-Serie ja realistisch ist, also ich meine, mit echten Schauspielern und Co. Ich fand, ja, sehr gut, sehr treffend, sehr passend. Ich meine, die haben da einen Charakter, der heißt Fuckface, der hat einfach nur ein verbranntes Gesicht und ist hinter diesen Marcus her, so viel erfährt man. Und der bringt auch schon einige üble Sachen. Ja, aber es wirkt halt an verschiedenen Stellen unterschiedlich schlimmer, mal im Comic und mal im TV. Also wie der Marcus in diese asiatische Blumenhandlung mit Sack über den Kopf gebracht wird, das wirkt im Comic komplett anders, weil es eine andere Darstellungsform ist als im TV. Und dafür wirken für mich in der Serie dann die Lehrer überzeichneter, wenn sie vor der Schule dann ihre Machtdemonstrationen haben oder einfach mal jemanden mit einem Pfeil abschießen, dann denkst du, okay. Was, wenn wir jetzt gerade offensichtlich vom Artwork gewechselt sind in den Vergleich zwischen Comic und Serie, was mir am deutlichsten aufgefallen ist, ist nämlich das Alter. Also klar, das Alter wird erwähnt, aber ich finde, in der Serie wird mir viel klarer, ach stimmt, das sind ja eigentlich junge Erwachsene oder Teens halt eher, weil hier nämlich viel mehr noch so dieses, auch durch die Dialoge natürlich letztlich, aber einfach diese Teenie-Probleme so in diesem Mittelpunkt stehen, dieses, natürlich liebt der eine die andere und sie will nicht, natürlich wird die eine unterdrückt von ihrem mehr oder weniger aggressiven Freund. Das war viel mehr so oder auch das Robben allein schon. Ich glaube, das musste aber auch, sorry, das habe ich bestimmt irgendjemand unterbrochen, oder? Nö, nö, vorher frei. Nö, tut mir leid. Ich glaube aber, das musste auch in gewissem Maße gemacht werden, weil also auch die Themen, die halt angesprochen werden, glaube ich einfach für so wirklich junge Jugendliche, also 14, 15, einfach im Fernsehen zu krass gewesen wären. Also auf mich wirkt das, als wären die Protagonisten im Comic jünger als in der TV-Serie. Ja, das meine ich auch. Das ist generell so dieses Buchproblem. Bei Büchern, da sind die Charaktere meistens jünger und in der Serie, da werden sie älter gemacht, damit man einfach so gewisse Sachen umgehen kann, leichter. Damit keine Eltern sagen, was ist das für eine schlimme Serie? Oder, oh nee, da ist Sex mit Minderjährigen und so, das umgehen sie da leichter. Lieber Sex mit dir. Das ist ja auch ein Thema hier. Stichwort zu diesem Comic hier. Also ich kann, ich finde, wenn die wirklich 14, 15, 16 sind, so, dann wirkt es auf mich mehr so wie die Version eines coolen Teenagers oder eines Role Models, so wie sich das vielleicht wie 14, 15-Jährige gern deren, aber nicht Sinn. Ja. Also gern cool aussehen, stylische Klamotten, natürlich wird die ganze Zeit hart gefeiert auf krassen Drogen mit Volker-Alkohol. Die rauchen alle, haben den wildesten Sex. Wie man mit 14 halt so den wildesten Sex hat. Ah klar. Man kennt das, ganz üblich. Das finde ich, kommt da mega raus und deswegen fühle ich mich da auch nicht angesprochen. Weil das manchmal so nervig ist, gerade generell, ich finde ja so Teenie-Themen generell persönlich als Leser Anfang 30 einfach anstrengend und das war in der Serie nochmal ein ganz Stück krasser als in der Serie, wo ich das nicht so wahrgenommen habe, wo deren Alter für mich keine größere Rolle spielte. Okay, da gibt es auch Vaterkomplexe und da will man seinen Papa umbringen und da gibt man dann, werden da auch alle, nehmen da alle krasse Drogen und so, aber die wirken für mich persönlich im Comic viel erwachsener als auch in der Serie. Man muss dazu auch sagen, der Comic folgt fast durchgehend. Markus, dadurch ist es nicht ganz so verzettelt, wie ich vorhin schon angeschnitten habe, dadurch wird auch nicht so viel Teenie-Zeug gezeigt oder nur angerissen. Weil der Markus so Teenie-Scheiß auch nicht abhaben kann. Genau. Der hat nämlich das harte Leben schon in echt gespürt als Einziger. Kommt durch die Schule, wo die alle ein bisschen mehr behüteteres Leben haben und dann ist dieser Kontrast natürlich für den Markus genauso wie für dich. Der Markus ist schon, ich sag mal, im Leben gereifter als die Kids in der Schule. Der ist dann eben wie wir als Leser, guckt dann so ein bisschen von unten herab und denkt, ja okay, ich verstehe dich, wieso du jetzt genervt bist. Ich bin's auch gerade. Genau. Also auf der Seite 46, da ist er ja, mit CrossCard-Edition, da ist er ja das erste Mal über den Schulhof gegangen und beobachtet und nimmt wahr die ganzen Posen und Sprüche von den ganzen Schulhof-Typen und denkt sich auch nur, ich weiß nicht, was er jetzt wörtlich so denkt, aber er kommentiert es wie, Leute mit ein bisschen Abstand, wisst ihr, wie lächerlich das ist und ihr glaubt, ihr seid die Größten. Sau geil. Generell, Marlon, dann vielleicht, um da auch mal so ein bisschen thematisch ein bisschen weiterzugehen, an dieser Schule, an dieser Academy, die ja übrigens auch spannenderweise irgendwie unter Tage zu sein scheint, das ist ganz interessant, also das kann man jetzt schon sagen, das erfährt man gleich in der ersten Folge, da muss er irgendwie in den Hinterhof und dann geht er da in so ein kleines Haus und dann läuft man ganz lange runter und irgendwann ist man nach ein paar Minuten vor einem riesigen Gebäude, das unter Tage zu sein scheint, komischerweise wachsen da auch Bäume, aber das möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren und dann gibt es halt wirklich eine riesen Einrichtung mit noch, wir haben den Bruchteil gesehen, es gibt versteckte Räume, es scheint noch weitere versteckte Gebäude zu geben, also wirklich, ich weiß nicht genau, das muss man einfach mal schlucken an Realität, was ich jetzt aber speziell von dir gerne mal wissen wollen würde, ich habe es jetzt mehrfach schon erwähnt, wenn es um die Brutalität geht, ich persönlich tue mich sehr schwer damit, diesen Brutalitätsgrad zu schlucken, dass da einfach Leute gequält werden wird, als wäre es das echte Leben, wäre es eine Qual, Leute zu vergiften und ganz kurz vorher noch zu retten oder wirklich umzubringen und das stößt mir ganz unangenehm auf, weil ich auch zu keinem Moment eine glaubhafte Erklärung bekomme, also weder im Comic noch in der Serie wird mir glaubhaft vermittelt, warum das jetzt doch okay ist, dass die Leute umbringen. Marlon, kannst du das nachvollziehen, wie war so dein Empfinden von diesem Thema? Ja, also erstmal würde ich halt sagen, dass Brutalität hier einfach als Teammittel eingesetzt wird, das ist halt genauso wie Tarantino-Filme, es gehört einfach irgendwie dazu und ich persönlich kann damit umgehen, sage ich jetzt einfach mal blöd, mir stört das nicht so wirklich, aber es sind halt einfach, also vor allem auch die Leute, die jetzt schon länger auf der Schule sind, da ist halt einfach eine gewisse Abgestumpftheit da, würde ich mal sagen, weswegen wahrscheinlich auch keine Skrupel bestehen, darin halt jemanden umzubringen. Das wird denen halt gelehrt tagtäglich und dann wird es halt zu einer gewissen Normalität, also finde ich, dass eigentlich eine Begründung jetzt nicht so nötig dafür ist, wieso halt diese Zustände hier herrschen. Weil es zum Alltag dazugehört und nichts Besonderes mehr darstellt. Genau, richtig. Aber ich glaube nicht nur erst in der Schule, die meisten Schüler sind ja von den Eltern hingeschickt worden und kommen aus dem Leben, wo so diese Brutalität auch Alltag ist. Also wenn du Gangster raus bist, dann hast du ein Kind, schickst es da an diese Schule und die Lehrer tun, als wäre es normal. Die Eltern haben schon vorgelebt, dass es normal ist. Die China kennt sich anders da, dann ist es für die auch noch normal. Sie kriegen sogar noch in der Schule gesagt, das ist, wenn es nur gerechtfertigt ist. Also die Moment der Rechtfertigung und Erklärung, die gibt es gar nicht, brauchen wir gar nicht, die sich nötigen. Doch, es gibt einen Moment, da ist das Thema, wo die einen umgebracht haben und dann werden sie damit konfrontiert und die sagen, hey, das war ein Kriegsheld, wieso habt ihr den umgebracht? Wo ist für euch der Beweis, dass der es verdient hat? Wo ist der Beweis, dass das ein Verbrecher war? Also da werden sie schon damit konfrontiert. Aber nur die Ratten und zwar im Gespräch zwischen zwei Menschen, nicht in der Gesellschaft oder sowas. Ja. Also ich glaube, die Ratten sollen sich nochmal reflektieren, während der Rest der Schüler scheißegal. Also was mir aufsteht, du sagst ja, das passt dir auch so überhaupt nicht. Ich finde es ja leider, dass es bestimmt Ecken in dieser Welt gibt, wo das Alltag ist und da kommt vielleicht auch der Regiment dann so ein bisschen aus einer Ecke her. Also nicht so brutal wie jetzt in diesem Comic, aber es gibt ja auch Leute, die haben ein ganz anderes Schicksal, die gehen nicht einfach nur zu einer Schule, sondern die haben noch nie ein tolles Leben gehabt. Mir stehst du ja auf, dass es das im echten Leben gibt und in diesem Comic, ja, wäre ja schön, wenn irgendwann Maler aufhören damit. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Also wenn du irgendwo ein Kind von einem Drogenboss bist, also in der Realität, dann hast du auch andere Gewohnheiten und du wächst ja in einer Welt auf, die so ist, wie sie ist als Kind und nimmst dir erstmal an, um zurechtzukommen. Und in diesem Comic scheint das wohl ja auch so zu sein. Ja, aber wenn wir das jetzt so sehen, ja, okay, das habe ich jetzt ja in anderen Assassinenfilmen, Games, wir hatten vorhin im Auto ganz kurz über Assassin's Creed gesprochen, wenn, oder Hitman, ja, gibt es ja auch eine längere Reihe dazu, wenn man das gewohnt ist, Menschen zu töten und da keine Probleme sieht, weil es dazugehört. Also ähnlich wie das Prostitutionsgewerbe ist das Auftragsmördergewerbe eines der Ältesten der Menschheit. Das gab es schon immer. Das heißt, da stehen die Menschen drauf. Können die nicht drauf verzichten? Können die nicht drauf verzichten, ne? Wollen sie nicht, ja. Wollen sie nicht, das ist genau der Punkt. Ich erkenne auch zu keinem Zeitpunkt, dass da irgendwer eine bessere Welt vorsieht, in der man nicht mehr töten muss. Nee. Ganz im Gegenteil, wir machen die Welt besser, indem wir die richtigen Leute töten. Ja, das ist jetzt eigentlich schwierig. An dieser Schule muss ja ein Anspruch herrschen. Deswegen töten wir die schlechten Leute. Aber die Eltern schicken ihre Kinder dahin, damit überhaupt das Töten klappt. Also, und dann sagt dir schon dein Papa, der Drogenboss, wer die bösen Leute sind. Also quasi wie in der Gesellschaft, die Reichen diktieren und sagen, hier, so läuft das. Ja. Wahrscheinlich ist es hier dieses Machtvakuum. Man wird ja meistens reich, wenn man Egoist ist und sagt, ich will lieber mich selbst voranbringen, statt die edlen Tugendin der Menschheit. Wieso müssen sich denn die armen Ratten rechtfertigen? Weil sie nicht das Geld und die Macht haben. Also ist das schon wieder so eine leichte Spiegelung von unserer Gesellschaft? Ja. Eine Sache ist mir aufgefallen, da vielleicht könnt ihr da mal sagen, wie ihr das seht, die die Comics und die Serie auf jeden Fall verbinden. Und zwar das ist das Thema Farbgebung. Der Comic hat zu einem Großteil, nicht ausschließlich, aber zu einem Großteil, arbeitet er mit abstrakten Farben. Da ist der Himmel plötzlich grün, da ist der Boden plötzlich gelb. Ja, okay, man erkennt schon, wenn es Nacht ist, aber dem Grunde nach sind es abstrakte Farben. Da ist mal blaue Gesichter, mal pinke Gesichter. Das hätte man, also heutzutage ist es Kunst. Ich kann mich noch genau erinnern, wie die Ursprungsfassung von Sandman auch so aussah und da hat man plötzlich neue Kolo gemacht, weil man sich nicht realistisch genug fand. Also ist hier letztlich auch so und in der Serie ist das ganz genau so, dass wir vereinzelnd zum Beispiel einen ganz krassen Blaufilter haben. Die greifen es auf, genau. Das verbindet die Serien so ein bisschen und das finde ich ist eine interessante stilistische Entscheidung. Der Kolorist im Comic heißt Lee Ruffridge oder wie das sich auch ausspricht, Luffridge und der wird im Vorwort von dem David Leppem auch dafür gelobt, dass er halt die Farben nebeneinander setzt und nicht alles miteinander verwurschtelt, weil es eben zwei, drei berühmte Koloristen in den 80ern gab und er das in deren Sinne heute so macht. Und damit kommt auch eine Wirkung für uns Zuschauer rüber, die richtig gelungen ist und einen auch noch mal in die 80er zurückversetzt. Soll ja auch in die 80er. zum Beispiel wie bei Terminator 2, der fast durchgehend in so einen unterkühlten Blaufilter gehalten war. Passt perfekt dahin. Saugeile Idee. Wir haben ja den Trait gelesen und die ersten drei Folgen gesehen, deswegen können wir eigentlich noch gar nicht so viel dazu sagen, aber ich würde schon mal interessieren, wie ihr so einschätzt, wie die Figuren so untereinander sind, wie die Chemie quasi unter denen ist. Also zum Beispiel, was man ja durchaus schon sagen kann, ist wie die Beziehung von der Latina, von der Maria zu ihrem quasi Freund ist. Sie wird da irgendwie so ein bisschen unterdrückt und so, aber gleichzeitig ist sie auch eine Frau der Extreme, die gern feiern geht, wie es aussieht, die auch gern tanzt und lebt. Ist das nicht nur eine sehr gute Charakterstudie von einem Mensch, der so gedrängt wird? Also Kindergärtner gehen zum Beispiel den ganzen Tag lieb mit ihren Kindern um und abends dann. Und abends müssen sie gegensteuern, um das Leben wieder ins Lot zu bringen und die wird so weit in die Ecke gedrängt von ihrem Freund, so weit gezwungen, wenn ihr Selbstbewusstsein, also was ganz klitzeklein in die Ecke gedrängt wird, nicht kaputt zerbrechen soll, muss sie außerhalb ihres Freundes irgendwelche Ventile finden. Ja, Ventile finden. Das ist wie im echten Leben. Das ist eine Frau beschrieben, die er vielleicht sogar echt kannte. So funktionieren Menschen. Und es hat vor allem zur Folge, dass man den Freund nicht ausstehen kann. Überhaupt nicht. Also ich kann ihn jetzt haben. Funktioniert super. Ja. 1a. Dann kann man nach drei Folgen leider noch nicht sagen zum Liebesdreieck, aber der Comic gibt das schon her. Dreieck ist eigentlich auch schon zu viel. Also letztlich gibt es verschiedene Personen, es gibt nicht nur drei, es gibt eine ganze Menge da, Jungs und Mädels, übrigens alles heterosexuelle Liebe, wie ich das mal heutzutage, wäre das vielleicht anders. Und diese heterosexuellen Pärchen, das spielt halt eine Rolle. So, alles Teens und dann ist er immer da eifersüchtig und so, finde ich mega nervig sowas. Oh yeah. Wie geht euch das? Mich stört es nicht. Nicht. Also mich stört das auch nicht. Also ich bin vielleicht noch so ein bisschen im Alter, wo ich da etwas noch, hier, dass etwas mich dazu relaten kann, sage ich mal. Also ich finde es im Comic zu lesen angenehmer, als in echt neben mir zu haben. Ja, das stimmt allerdings. Also ich nehme da immer als Vergleich so gerne Ultimate Spider-Man, die Comic-Serie, weil die halt auch mit sowas gefüllt ist ohne Ende. Aber es ist halt irgendwie auch interessant, also man muss sich halt darauf einlassen und halt auch die Charaktere wirklich mögen. Aber zum Beispiel bei Spider-Man oder weil er gerade vor mir sitzt, eben auch bei Buffy, da gliedert sich das ein bisschen ein, da ordnet sich auch diesen Humor. Buffy sitzt dir gegenüber. Hier der Leger-Legende, der ist absoluter Buffy-Fan. Da oben ist Buffy. Ja, er ist absoluter Buffy-Fan, deswegen hat er wahrscheinlich mit diesen ganzen Beziehungskisten weniger Probleme. Aber ich sage, bei Spider-Man und da wird das eben ironischer durchbrochen. Hier bei Deadly Class nimmt sich das schon eine Schippe zu ernst, deswegen habe ich da schon Angst vor theatralischen Ausbrüchen, einige Folgen später. Aber ich glaube, das wird im, also mir scheint es, als würde es in TV-Serien theatralischer werden als in Comics. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, glaube ich. Ja, das würde auch so werden. Also wie gesagt, die Serie hat was Erwachsenes, aber ich glaube im Endeffekt, dass sie halt keine erwachsene, so richtig erwachsene Zielgruppe hat. Also dass niemanden, der fest im Leben steht, sondern ich schätze halt eher so, halt auch die Leute, die jetzt Riverdale anschauen oder sowas. Halt nur der weitere Schritt, finde ich. Ja. Also das können wir ja mal machen. Das Frage stelle ich sowieso bei allen Filmkritiken. Was ist die Zielgruppe der Serie und was ist die Zielgruppe des Comics? Marlon, da habe ich richtig verstanden, dass du sagst, die Serie ist eher für junge Leute. Also, ja, was heißt junge Leute? Also halt so, so 18, 19, 20 würde ich jetzt mal sagen, wo man halt noch irgendwie... Mit 18 darfst du sowas hier gucken. Das gucken ja die 15-Jährigen, die glauben, wenn sie so brutale Sachen sehen, dann fühlen sie sich schon mal mindestens wie 18. Das will ich heimlich sehen. Das will ich sehen. Ja. So gerade aus Harry Potter rausgewachsen, jetzt brauche ich was Härteres. Was gibt es Härteres als Harry Potter hier? Ja, was sind das denn Figuren, mit denen man sich identifizieren kann? Ist da auch nur ein einziger Charakter dabei, der auch aus Sicht eines Teenagers, der über Sachen vielleicht nicht wegsehen kann, aber ist da nur ein einziger Charakter dabei, den man wirklich cool finden kann? Der schwarze Rapper, der eigentlich ganz schnell nicht so cool ist, wie man denkt. Ja. Der brutale Assi, der seine Frau schlägt, der ist nicht so toll. Die Goth, die überhaupt nicht mit der Welt zurechtkommt. Ja, aber guck mal, wir sind jetzt hier alle Nerds. Wir sind alle die lieben, netten Menschen. Wenn das jemand in die Hände kriegt, der Gewalt brutal und geil findet und das in seinem Horizont eine Möglichkeit findet, der findet vielleicht auch den Chico, das ist der Freund von der Maria, cool, wie er weiß, wie man seine Freundin im Zaum hält, wie man die mit ihr umgeht. Diese Leute gibt es ja auch im echten Leben und die gibt es nicht nur unter älteren Leuten. Irgendwo werden die ja, ja, da gibt es ja Nachwuchs und die werden da hin erzogen und sozialisiert. Die sterben ja leider nicht aus. Meiner Meinung nach haben die alle ein psychisches Problem. Ja, das ist fast wie an der echten Schule. Das ist fast wie, wenn man mit Menschen zu tun hat. Wahrscheinlich so, genau. Noch am ehesten ist da Markus, die Bezugsperson, weil er ansatzweise sowas wie so einen moralischen Kodex hat, sag ich jetzt mal, aber ansonsten fällt es da echt schwer, einen Bezug da aufzubauen. Man fühlt sich besser, weil man Abstand dazu hat. Ja. Was ist ein Glück? Ich finde halt immer, man muss sich halt, wenn ich so eine Serie gucke und ich gucke echt nicht so viele Serien, muss ich ehrlich sagen, also manche Leute hauen ja da eine Staffel am Tag durch, ich bin da immer etwas vorsichtig, aber wenn dann, dann versetze ich mich da auch wirklich gerne rein und versuche dann auch, die ganzen Charaktere zu verstehen und ich finde, das kann man eigentlich bei der Serie schon ganz gut machen, auch wenn es alles unsympathische Psychopathen sind im Endeffekt. kann man irgendwie immer irgendwas finden, was man an den Charakteren halt mag. Und man kann auch. Also natürlich, wie auch schon gesagt wurde, Markus ist halt einfach die Bezugsperson, der ist auch so natürlich auch geschrieben, dass er halt einfach so der Normalste, in Anführungszeichen, ist. Dass man halt doch so diesen Blick da rein hat in diese verrückte Welt. Dass ihr das jetzt normal bezeichnet, finde ich ja auch krass. Also der ist ja auch nicht normal. Er ist auch der Normalste unter den ganzen Verrückten. In Anführungszeichen. Der hat ein Schicksal, das wir am ehesten als krass nachvollziehen können. Aber der Chico, der hat einen Vater, dem soll er als Zeichen geben, als er seinen Job erledigt hat. Wenn du dich da hineinversetzen kannst, ist der auch ein armer Loser. Ja gut, der hat den Druck von oben, von seinem Vater. Der kann da nicht raus. Der kann nicht mal abhauen. Wo soll er denn hin? Das Kartell findet ihn schon. Der hat keine andere Chance. Ich hätte da jetzt fast noch schon einen kränkeren Vergleich, so aus die Kalifornien mit Killern. Quasi. Ja, sicher. Ja. Also die tun doch alle nur so, als wären die Herzenkerle, weil sie sonst nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das, was ihnen da, also was ihnen bevorsteht, was sie schon durchleben. Wie willst du damit umgehen? Du kannst ja nicht einfach sagen, ich bin ein armes Kerlchen. Das will keiner von sich sagen. Du musst dich immer toller darstellen, als du bist, damit deine Seele gesund bleibt. Ja, das merkst du vor allem wirklich an einem Charakter, der sich eine richtig schöne Origin zusammengezimmert hat und die fällt relativ schnell in sich zusammen. Und egal, ob es ein Kenny, wie heißt das Spider-Man-Universum, wo der immer ganz jung ist? Ultimate. Egal, ob Ultimate Spider-Man ist, Buffy oder hier Deadly Class. Es geht ja an jüngeres Publikum. Der Comic ist jetzt halt vom Regremender geschrieben, aus der Sicht, dass er auch mal so alt war und da will er das halt nochmal verarbeiten. Ultimate Spider-Man ist auch von wenigen Personen, also von einer Person geschrieben worden, die er das auch aus seiner Sicht schreibt. Aber da ist ja was ganz anderes dahinter. Bei Marvel sagt ja, schreib du eine Serie, wo das ganz junge Publikum sich mit identifizieren kann. Der Regremender will das natürlich auch, aber dem sein Vorrangiges ist ja, er kann machen, was er will bei Image. Da gibt es keine Vorgaben vom Verlag. Es war ihm wohl in dieser Serie, anders als bei anderen Serien, ein Anliegen, das auch mal rauszuhauen. Wie knallhart wäre die Welt als Schüler, ja, wie die Welt als Schüler, der auf einen Schüler wirken kann. Und als Erwachsener bist du nur abgestumpft. Die Welt ist nicht besser geworden, bloß weil du älter geworden bist. Du bist nur abgestumpft. Schön, dass du Morde nicht gut findest. Das beruhigt mich immer ein bisschen, dass es Menschen gibt, die das noch nicht so toll finden. Jungs, ich würde jetzt gern, um vielleicht auch so ein bisschen mal Butter bei die Fische zu machen, anfangen, dass wir quasi reihrum unser Fazit geben. Ich würde auch in dem Fall die Möglichkeit geben, dass wenn jemand da noch reagieren möchte oder so, sich da vielleicht noch mal kurz ein Anschlussgespräch entwickelt. Müssen wir mal gucken. Und ich würde mich auch einfach knallhart vordrängeln. Denn, das muss ich an der Stelle unbedingt mal erwähnen, der Trade, den ich hier gerade in meiner Hand halte, der erste Band, das war der allererste Comic, den meine Mutter gelesen hat. Die war nämlich zu Besuch bei mir und hatte vorher noch nie einen Comic in der Hand, wusste aber, dass ich da eine gewisse Affinität hege und hat sich dann hingesetzt und in den vielen Stunden, die sie dann bei mir Zeit hatte, einfach den kompletten Trade gelesen und ich wollte von ihr wissen, wie sie ihn fand. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ihn nämlich noch nicht gelesen und es fiel ihr sichtlich schwer zu formulieren, wie es ihr gefallen hat. Also es fielen Sätze wie, ja gut, muss man mögen und ist halt einfach wirklich vielleicht nicht der beste Einstiegs-Comic. So viel kann man an der Stelle auch mal sagen. Für sie ist immer wieder überraschend, was Panels doch für eine Aussagekraft haben, dass Comics Geschichten quasi auf zwei Ebenen erzählen, nämlich in der Textfassung und in der Artwork-Fassung und viele Comics, also dass man das auch im Kopf verbinden muss. Das ist nicht selbstverständlich, dass man auch beide Ebenen während des Lesens verbinden kann. Das war für sie eine Herausforderung, aber sie wollte es nicht schlecht reden, vielleicht auch ein bisschen aus Respekt mir gegenüber, keine Ahnung. Sie liebt dich. Sie liebt mich vielleicht doch, ja. Sie fand den Comic also gar nicht mal schlecht und das ist auch das, was ich letztlich von dem Comic sagen muss. Also ich persönlich finde, es ist ein gut erzählter Comic. Man kann dem innerhalb seiner eigenen Logik nicht vorwerfen, dass es Quatsch wäre. Es ist halt einfach so, dass du das schlucken musst mit der Schule, mit den teilweise sehr abgedrehten Charakteren, die sehr brutal sind, die aufs Ganze gehen und zwar 24-7. Das ist für alle Beteiligten, sowohl für die Figuren als auch für den Leser anstrengend. Das ist aber auch so gewollt. Zumindest nehme ich es so wahr. Das Artwork ist natürlich in einem gewissen Rahmen abstrakt, aber schön. Also ich finde die Umsetzung, die Panel-Aufteilung im Comic, ich finde die Darstellung der Charaktere, ich finde die irgendwie auch natürlich immer irgendwie, ich glaube, man sagt da monochrome Farbwahl, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, auch eine abstrakte Farbwahl eben, finde ich gut. Mir gefällt letztlich auch, dass man in einem gewissen Rahmen erwachsene Themen thematisiert, vielleicht aus einer jugendlichen Perspektive. Das finde ich auch grundsätzlich gut, aber es gibt dann doch eine ganze Menge Sachen, auch bei der Serie, die mich stören, bei der TV-Serie. Ich habe ja schon gesagt, dass ich den Gewaltgrad zu keiner Zeit in irgendeiner Form erklärt finde. Ich habe kein Problem mit Gewalt, ich gucke mir echt schlimme Sachen an, das könnt ihr mir glauben. Wir haben bei uns beim Film-Tele-Stammtisch schon auch eine Menge Gore besprochen, aber das ist mir einfach zu plump. Das wirkt mir halt einfach nur wie so ein Mittel, das man nutzen möchte, weil es halt gerade voll cool ist und so. Und ich sehe den Mehrwert der Gewalt zum Zeitpunkt, also ich sehe zu keinem Zeitpunkt wirklich den Mehrwert einfach der Gewalt, weder in der Serie noch in dem Comic. Gibt das der Geschichte irgendeinen wirklich Mehrwert? Ich habe es jetzt dreimal gesagt, sollten Sie alle verstanden haben, aber das war ein bisschen schade. Ich mag die in der TV-Serie, den prägnanten Mittelpunkt mit diesem Teenie-Kram, finde ich auch anstrengend. Und ich will auf der anderen Seite aber das auch nicht unnötig schlechtreden, denn handwerklich ist wirklich alles. Also ist die Serie hochwertig gemacht, die sieht super aus, da gibt es nichts zu meckern. Der Soundtrack ist, soweit ich das sagen kann, gut. In der dritten Folge, die wir gesehen haben, sind die Effekte noch nicht ganz fertig, da haben wir so Einblendungen gehabt, die können wir jetzt an der Stelle noch gar nicht vollends beurteilen, aber das scheint alles schon Hand und Fuß zu haben. Da sind Experten am Werk, aber es gibt einfach Punkte, die mich dem Ganzen so ein bisschen zweifeln lassen und wahrscheinlich liegt es daran, dass ich einfach nicht die Zielgruppe bin und damit muss ich mich auch einfach abfinden können und das ist auch okay. Marlon, Feuer frei, willst du vielleicht darauf eingehen, willst du schon ein eigenes Fazit ziehen, wie sieht es aus? Ich tue mich jetzt auch schwer mit einer Punktevergabe, die wäre tendenziell gut, weil man handwerklich da nicht viel abziehen kann, aber subjektiv müsste ich echt an diversen Stellen Sachen wegschneiden, also ich persönlich sehe mich jetzt nicht gezwungen weiterzulesen, ich habe auch so viele andere Sachen, die ich gucken möchte, sodass ich Folge 4, 5 und 6 von der Serie nicht unbedingt gucken werde. Ja, wo ist ein ziemlich desaströses Fazit, beziehe ich ein, aber deswegen habe ich auch begonnen, ich kann mir vorstellen, dass euer Fazit da ein bisschen positiver ausfällt, weil es ja gar nicht so mega kacke ist. Marlon, wie sieht es aus? Was ist dein Fazit? Also zum Comic muss ich halt sagen, ich war jetzt da, ich hätte es echt nochmal lesen sollen vorher, da muss ich ehrlich zugeben, weil da war ich jetzt doch etwas raus aus dem Ganzen, was halt da jetzt so die großen Unterschiede gewesen sind, wusste ich jetzt nicht mehr ganz genau. Die Serie an sich, also ich muss ehrlich sagen, handwerklich ist es richtig gut gemacht, da hast du recht, also die erste Episode halt der Pilot natürlich war dann halt wieder der totale Hammer, ich habe mir echt gedacht, so boah, das ist schon echt fast auf Hollywood-Niveau, auch von den Setpieces her und von der Action und so, eigentlich alles ziemlich cool gemacht. Natürlich flaut das halt wieder in den nächsten Episoden ab und wie du auch gesagt hast, dieses Teenie-Drama bis zum gewissen Grad finde ich es auch gut und ich werde auch noch weitergucken und halt schauen, wie sich das entwickelt, weil oft finde ich es dann auch ab und zu zu anstrengend und es wird dann einfach zu absurd oder so zu gekünstelt sozusagen, wenn man halt einfach so zwingend Drama herbeiführen muss und das finde ich jetzt noch nicht so stark bei der Serie, vielleicht seht ihr das anders, vielleicht haben wir da alle andere Toleranzen so dafür, aber ich werde sie auf jeden Fall weitergucken, glaube ich, vor allem, weil sie halt einfach, ich finde es wirklich auch, muss ich ehrlich sagen, dass sie so wirklich die hübscheste Serie ist, die ich seit langem gesehen habe, die hübscheste Fernsehserie. Wow. Also von, wie gesagt, von der Cinematografie finde ich sie richtig geil, ich finde es auch geil, dass es so im 21 zu 9 Format gefilmt ist und halt nicht so ganz normal im Fernsehformat, im 16 zu 9 Format und allgemein hat es mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Zum Comic kann ich leider nicht so viel sagen, ich muss mal wieder reingucken, also ich glaube, die Serie hat mich jetzt wieder angespornt, dass ich vielleicht nochmal den zweiten Trade mir angucken werde. Gibt es schon bei CrossCult irgendwie Termin, wann die den zweiten Band veröffentlichen werden? Ja, der steht bereits fest, der kommt im April am 17.04. Ja, ist alles die selbe Preisklasse, kommt also im April. Ja, dann werde ich mir vielleicht im April mal beide Bände holen und nochmal reinlesen. Wenn du ihm... Aber ich bin jetzt nicht absolut begeistert, es ist halt einfach so mal wieder irgendeine Serie, leider. Es hatte schon einige Alleinstellungsmerkmale, aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es irgendwann einfach in diesem ganzen Brei, der halt existiert, mir jetzt all diesen Teenie-Serien-Anführungszeichen halt so ein bisschen untergehen wird, wenn es halt in diese Richtung zu extrem gehen wird. Ja, vielen Dank. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Jungs, wer von euch mag, wer mag da zuerst drauf eingehen? Patrick, wie sieht's bei dir aus? Du hast unsere beiden Meinungen jetzt gehört. Gib ihm! Also, ich war jetzt nicht zu 100 Prozent von der Serie und von dem Comic überzeugt. das hat mich gerade so bei Stange gehalten, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel mit anderen Serien vergleiche, wie zum Beispiel Umbrella Academy oder Preacher, das hat mich einfach mehr gepackt, aber gerade bei dem Preacher-Vergleich, da muss ich dazu auch sagen, Preacher hat auch erstmal seine paar Folgen gebraucht, bis es sich dann gefunden hatte und bis es so sein gewisses Pacing hatte. Also, ich werde der ersten Staffel auch eine Chance geben, um zu gucken, verläuft sich das in einem Brei oder steckt da wirklich sowas wie ein Konzept dahinter, um das dann ganz beurteilen zu können. Vielleicht lau ich mir auch da den zweiten Band nochmal umzugucken. Spricht mich das mir an, weil manchmal braucht das ein bisschen, bis es in Fahrt kommt. Ich fand auch so ein paar der Lehrer gut gecastet, zum Beispiel Henry Rowlands als Giftmischer, der wirkte auf mich wie so eine Parodie auf Snape, fand ich gerade mit seiner Hornbrille und dem Anzug. Ich fand das irgendwie super lustig und Benedikt Woggen, wenn man den nicht seit Dr. Strange mag, dann weiß ich auch nicht. Das ist der Master Lee. Genau. Also, ich gebe den Ganzen eine Chance, das hält mich gerade noch so bei Stange, aber wenn sich das in diesem Brei verläuft, dann bin ich da auch ab der zweiten Staffel raus. Es wäre schön, wenn wirklich, du hast das Konzept angesprochen, wenn es da wirklich was gäbe und es mehr wäre als einfach nur krass. Genau. Ja. Und da haben wir jetzt, du hast den Vergleich zu Umbrella Academy genommen. Ich führe den mal weiter aus. Umbrella Academy, das hatte noch so eine Story im Hintergrund, also da waren auch um die neuen Charaktere, aber das hat sich mehr bei der Hand genommen und hat dir gesagt, ja, darauf läuft es hinaus und das fehlt mir da wirklich noch. Also, trotz dieser neuen Charaktere war das übersichtlicher und du warst motiviert geblieben. Und das fehlt mir da noch. Vielen Dank. Legellegende. Wie viel Zeit haben wir noch? Der Vorhang ist geöffnet. Also, ich finde die Fernsehserie überraschend gut gemacht. Ich habe erst den Comic gelesen, dann die Fernsehserie. Ich finde die Reihenfolge gehört so, weil ja erst der Comic da war, dann die Fernsehserie. ich musste mich beim Start der Fernsehserie erst dran gewöhnen, dass natürlich echte Menschen anders aussehen als gezeigte Comic-Figuren. Ich fand bei der TV-Serie immer wieder, ja, witzig sagen, andere Leute, ich sage das nicht, cool, wenn da die ganzen einzelnen Portionchen und Zitate aus dem Comic rauskommen, aber die wurden teilweise ganz anderen Leuten in den Mund gelegt. und da musste man auf einmal voll gucken, huch, das hat auch im Comic der Chico gesagt, im Fernsehen sagt es der, als festgestellt wurde, dass er wohl kein amerikanischer, Ureinwohner ist ja falsch, also das als im Comic sagt zum Beispiel die Nazi-Tussi, du gehörst auf jeden Fall nicht zu uns. Im TV spricht das jemand ganz anders an, die Nachfrage, was er für eine Herkunft hat. Und wenn man jetzt beides kennt und wach ist, merkt man, dass da viele Sachen vertauscht sind, was aber nicht schlimm ist, wahrscheinlich kommt es im TV so besser und im Comic so besser. Ein paar andere Reihenfolge von der Story, von diesen Story-Portionen sind auch vertauscht, aber das ist, im Comic kommt es in der Reihenfolge besser, im TV in der Reihenfolge besser, das finde ich gar nicht schlechter, nur anders. Wenn man was weiterverfolgt, würde ich wahrscheinlich eher den Comic weiterverfolgen, in der Hoffnung, wenn es um mehr geht, dass vielleicht der Reglementer das Ding auch fertig erzählen will mit einer Idee dahinter, mit einem Konzept, dass irgendwo das Aha-Erlebnis kommt. Sechs Traits habe ich gesehen, gibt es aktuell schon. Genau, also in Amerika wird gerade so und so viel der Heft 34 oder sowas vorangekündigt. Derrick Brementer ist einer, der oft was erzählt und irgendwann ist es zu Ende. Natürlich gibt es Serien, die sind länger gelaufen. Es gibt zum Beispiel Tokyo Ghost, das hatte einfach nur zehn Hefte und da war es rum, da gab es viel wummigere Motorräder als in Deadly Class im Comic. Aber da war es nach zehn Heften fertig erzählt und bei Deadly Class schreckt mich halt ab, dass ich noch so viele Hefte vor mir habe oder jetzt auf Deutschland die Paperbacks. Deswegen weiß ich, ich kann es nicht versprechen, dass ich es lesen werde, aber interessiert mich schon, weil der Comic sehr gut gemacht ist. Die TV-Serie fand ich auch sehr gut gemacht. Im TV muss man immer alles, also fürs TV muss man alles casten. Respekt, was die da für Leute genommen haben, wie passend es ist oder wie mit Absicht es anders ist, hat ja auch einen Grund. Sehr gut gemacht. Auch der Autor muss irgendwas casten, auch wenn es halt nur erfunden und jemand zeichnet ist. Aber das muss ja auch festgelegt werden, dass der Willi so aussieht und dem Marcus so aussieht, wird ja auch festgelegt vom Zeichner zusammen mit dem Autor. Auch sehr geil gemacht. Die Charaktere sind sehr gut. Was ich jetzt hier bei unserer Besprechung noch viel zu kurz fand, ist, was du ansprechen wolltest, an die Kompositionen von den Seiten, also die Pendels, der Seitenaufbau, das ist auch saugeil gemacht. Das ist eben nicht einfach nur hier Watchmen, ohne das jetzt in irgendeiner Form negativ benutzen zu wollen. So ähnlich Watchmen umgesetzt als Film. Da haben sie ja auch versucht, Bild zu Bild zu übernehmen. So ähnlich ist es ja auch teilweise mit der TV-Serie jetzt. Es gibt halt in dem Comic, ach so, bei Panini sind keine Seitenzahlen drin. Also ich habe jetzt hier halt die virtuelle Version von CrossCard genommen. Ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Die Farbgebung trifft. Schön diese Rauchstimmung. Genau, also der Markus, der kommt zum ersten Mal in die Cafeteria. Diese Seite ist so aufgebaut. Panel für Panel geht er hierhin, geht er dahin. Dann die Panel-Zwischenräume, also die weißen Linien, die führen ihn selbst nach unten, weil der unten ist dann ein Pfeil und der Pfeil geht raus aus der Comic-Seite, weil in der ganzen Cafeteria findet er keinen Platz. Er verlässt die Cafeteria und das ist schon in der Seitenkomposition mit eingebaut. Oder wenn er so einen Drogentrip hat, hat das dann die Farbgebung auf einmal komplett explodiert und irgendwann ist es am Strand und auf einmal ist der Hintergrundfarbe gelb. Ja. Genau, da hast du es gerade, ja. Am Anfang, wo er beobachtet wird, ist die Komposition, der Panel-Aufbau, ist eine Lupe mit in den Panel-Zwischenräumen eingearbeitet. Lauter so Sachen, ja, genau. Also dieses Wechselspiel zwischen Charaktere in den Comi-Panels, der Seitenaufbau, das, was der Autor wörtlich wiedergibt, das heißt die Sprechblasen, das spielt so perfekt ineinander, das passt so gut. Auch Action-Szenen, wenn es bergab geht, sind die Panels nach unten fallend. Da gibt es eine Seite, da rennt er eine Treppe runter, aber gleichzeitig springt er von Panel zu Panel, beides in einem umzusetzen. Das ist auf so vielen Ebenen sehr gut gelöst und unten kommt er an, Panel für Panel, dann kommt auf einmal eine Frau für uns Zuschauer als Gesicht ins nächste Panel, weil er dann auf einmal hochguckt und sieht jemanden. Im nächsten Bild sehen wir dann den ganzen Kopf von dem eben noch gesehenen Gesicht und das gehört schon wieder ins nächste Panel unten, wo dann die Zaya auf dem Motorrad sitzt, saugeile Szene, so richtig cool und zu ihm guckt und sagt sowas wie steig auf und er ist gerade die Treppe runtergesprungen, das heißt er kniet da gerade noch vor ihr. Das ist so eine Dynamik eher auf der Seite, das ist der Hammer. Ich fürchte schon, dass meine Kritik positiv ausfallen könnte, so begeistert, wie ich gerade loslege. Ich werde euch natürlich teilweise auch, also ich werde euch Leseproben verlinken, die kann ich schon mal reinschauen, was wir eigentlich reden. Ja und das ist jetzt nur eine Beispielseite, da kommen immer wieder, erstens jede Seite ist sehr gut, es ist alles sehr dynamisch erzählt im Comic, die Farben unterstützen alles nochmal sehr gut, der Mann mit Melone aus Trifty Robinsons wäre stolz gewesen, der einfach gesagt hat, er nimmt Hass als Antrieb für euer Handeln, für euer Werk. Falls jetzt wirklich jemand zeitnah den zweiten Band lesen möchte, der erscheint was am 17. April, am 22. April 1987 hat der Obdachlose, der Markus, die Schuhe gestohlen, also lest es am 22. Passt. Im Comic ist das ja nicht ein eindeutig böser Mensch, der Obdachlose. In der TV-Serie gibt es wieder nur viel mehr Schwarz-Weiß, weil scheinbar glauben, TV-Macher immer, der Zuschauer braucht es einfach wie Disney 50er Jahre, da ist zumindest der Obdachlose, der Bestimmer, der Tyrann, all der Obdachlosen, die hier auf demselben Platz wohnen. Im Comic ist er nicht urböse, der hat einfach nur ein hartes Schicksal, braucht dringend Schuhe, weil seine Füße fast abfallen und der Markus überlässt ihm im Comic auch die Schuhe, weil er braucht sie dringend als der Markus selbst. Das Einzige, was er Markus wiederhaben möchte, ist halt sein Tagebuch, deswegen will er seinen Rucksack zurück. Im Comic ist alles nicht schwarz-weiß, gut und böse, töten ist schlimm, leben lassen ist gut, da ist es viel differenzierter, deswegen hoffe ich da, dass das auch so weitergeht und vielleicht auch noch irgendwo hinführt und irgendwann ausgeht mit dem Abschluss und mit einer Botschaft, vielleicht lesen es sogar ein paar Leute, die dann sich das Leben von beeinflussen lassen, keine Ahnung. Das war zum Beispiel jetzt der Punkt, was die Komposition des Seitenaufbausen alles angeht. Der Unterschied, den ich krass finde, auch wieder schwarz-weiß, auch wieder was erwarten Fernsehzuschauer, springt der Markus, springt er nicht, als er irgendwann mal denkt, sein Leben vielleicht zu beenden oder nicht. Da gibt es in der TV-Serie einfach die Saja, die was tut, im Comic ist es kein Kuss, weswegen er nicht springt. Da gibt es ganz andere Gründe. Also ganz andere Gründe klingt jetzt wie, darum geht es gar nicht, sondern die Saja flüstert im Hintergrund, tu es nicht im Comic. Keine Ahnung, ob es der Markus hört. Markus denkt an den Vater, was er zu ihm gesagt hat und die Rückblenden im Comic geben auch noch viel mehr Feedback, Hintergrundwissen, warum das Schicksal von Markus hart ist. Also das wird im TV auch komplett weggelassen. Der ist nicht einfach nur ein Obdachlose, sondern er hat auch noch ein schartes Schicksal hinter sich verknüpft mit seiner vorigen Generation. Das heißt, die Eltern, wird auch noch kurz erwähnt, aber das ist nicht so wichtig, dass ich es jetzt hier nochmal aushole. Im Comic, wo ist es brutaler? Da knallen die Cops einfach auf Markus drauf los. Die ballern los und da scheint es wohl noch um etwas ganz anderes zu gehen, was die Ebene der Cops angeht. Das habe ich jetzt im TV überhaupt nicht groß mitbekommen. Dass die wirklich so gnadenlos sind, so rücksichtslos und einfach töten wollen. Wie viele Leute werden im TV getötet? Wie viele Leute werden im Comic getötet? Im Anfang ist es so, auf den ersten Seiten ist im Comic von den Schülern, meine ich jetzt, schon was passiert. Das kommt im TV gar nicht vor, weil man es da wahrscheinlich nicht zeigen kann. Lest den Comic. Ich will jetzt hier nicht spoilern. Der Moment Sack über den Kopf. Markus wird irgendwo hingeführt, wo er den Weg zu nicht wissen soll, ist im Comic ganz anders gelöst. Da ist es einfach so, ab dem Moment, wo er sich in diesem Raum wiederfindet. Schwarze Panels nur mit Sprechblasen. Geiler Moment im Comic. Das kannst du als TV-Saison nicht bringen. Da haben sie es aber anders gut gelöst. Der erste Auftritt vom Lin, vom Master, ist im Comic anders gelöst. Ich finde viel besser, aber im TV kostet es alles Budget. Wie opulent du zum Beispiel die Schule gestaltest, die Szenen an einem Ort A oder B. Im Comic musst du es nur zeichnen. Ganz viel besser, viel geiler. Der Weg nach unten, geil. Die Wendeltreppe, dass es wirklich unterirdisch wohl zu sein scheint, wo die Schule dann sein wird. Das Casting, du sagst bestgecastete Meister Lin, weil du den Schauspieler schon kennst, Patrick. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Ich fand ihn, er wirkte halt der erste Eindruck, wo ich ihn das erste Mal sehe im TV, ganz anders als die Figur, wie sie im Comic dargestellt ist. So ein typischer Karate-Kit alterweise Asiaten. Schmächtig klein, aber du weißt der ganze Power und Kraft. Der wirkt halt im TV anders, aber nicht schlimm. Und ja, also wie schon gesagt, der Zeichner Wesley Gregg kriegt es halt voll hin, Emotionen, Gesichtsausdrücke, alles rüber zu bringen. Das können aber auch die Schauspieler saugut. Die Schauspielerin kann halt nichts dafür, dass ihre Nase ganz anders ist als gezeichnet. Alles sehr gut gemacht. Im TV, die erste Episode, wie nennt ihr das? Pilot. Da gibt es ja erst den Vorspann mit der blonden Nazi-Frau mit dem Briefchen. Saugut gemacht, dass es da aufhört, dass wir noch nicht wissen, was im Briefchen steht. Und dann kommt erst mal der Anfang der Serie. Im Comic fängt das überhaupt erst an. Das ist jetzt so ein filmischer Trick, so eine Szene schon vorab zu nehmen. Im Comic finde ich es eigentlich besser, da gehört es aber auch nicht so hin. Schon eine Szene von später zu nehmen gehört ja gar nicht hin. Im Comic kriegen wir die Reihenfolge so mit, dass erst das Leben von Marcus hart ist. Dann kriegen wir natürlich schnell mit, dass es um die Schule geht. Das wissen wir aber schon vom Titel her. Im TV geil gemacht, dass das da vorne so reingeschnitten ist. Und später kriegen wir ja mit, das will ich jetzt, Leute, die ich es noch nicht gesehen haben, guckt es euch an, was steht auf dem Zettelchen. Das erwartest du ja am Anfang, wo du noch gar nicht weißt, worum es geht. Nicht. Im TV viel geiler umzusetzen, weil man da ja auch hören kann. Im Comic gibt es keine Sounds, außer bildlich dargestellte Sounds. Die 80er Musik, die da einfach so geil, ich weiß nicht, ob das Songs aus den 80ern sind, aber es ist zumindest, ja, sehr gut genommen, sehr gut, sehr passend. Das Feeling durch Musik im TV sehr gut rübergesetzt, sehr gut genommen. Im Comic wird das an anderen Stellen dargestellt, auch musikalisch. Und vom Comic her im TV, Rückbezüge zu der Welt der Comics, da gibt es zum Beispiel einmal eine Szene, wo der Markus in der Bibliothek ist und denkt, ach komm, ich versuche jetzt einfach mal mit irgendjemandem das Gespräch anzufangen. Der liest gerade ein Love and Rockets Comic und dann sagt, hey Love and Rockets, Hernandezbrüder, geil. Ich glaube, das wird kein deutscher Leser verstehen, weil kein deutscher Leser weiß, äh, TV-Säher, weil keiner weiß, was Love and Rockets ist. In Amerika ist das eine der ersten Independent Comics-Serien, die so erfolgreich ist, dass es die bis heute gibt und in Amerika bis heute bekannt ist. Genau wie American Splendid, das du ja auch erwähnt hast, das gehört auch in diese Kategorie. Genau, also es wird dauernd Bezug genommen auf die Comic-Kultur der 80er und was im Comic nicht erwähnt werden muss, weil der Autor sich sicher ist, dass die Leute das eh wissen, aber im TV kommt dann auch nochmal eine Szene, wo der Willi im Auto über Dark Phoenix diskutieren auch, das fand ich cool, Das finde ich auch geil, das will ich auch noch erwähnen. Also im Comic hat der Willi überhaupt kein Auto, aber im Fernsehen kommt es cool, wenn er mit dem Auto daherkommt und dann ist der Marcus einer, der Independent Comics mag und auch Independent Musik und der sagt dann eben American Splendor und Flaming Carrots, das sind so die frühen Independent Comics aus den 80ern in Amerika und da widerspricht ihm der Willi eindeutig, nein. Und sag bloß nicht, dass Chris Graham, der Clement, kein guter Autor ist und so, ja, das fand ich auch richtig lustig gemacht. Ja, das ist so geil gemacht, ja, also für alle Leute, die Comics lesen, die jetzt Independence Titel schon mal gehört haben oder sogar gelesen haben und dann Dark Phoenix und dass es heutzutage verfilmt wird, wo Dark, also ich meine, die TV-Serie kommt, wo Dark Phoenix, ich glaube, Thema vom nächsten X-Men-Film werden kann. Ich vermute mal, dass dieses Teleplay bei Rick Remender heißt, dass der Rick Remender das vielleicht vorgeschlagen hat, hey, nehmt doch solche, um es in die 80er zu verankern rein, solche Sachen. Ja, und trotzdem in der aktuellen Kultur verankert, also gerade steht der Dark Phoenix-Film an, da wird das angeteasert und so. Ja, was ich auch noch unbedingt erwähnen möchte, weil es auch wieder, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, ein Wechsel zwischen TV und Comic ist, es gibt den, das habe ich mit Patrick schon per virtuelles Textaustauschen mitgeteilt, es gibt doch diesen Brian, oder euch beiden, den Brian Posehn, keine Ahnung, wie er ausspricht, ich kann mir den Namen nur sehr gut merken, ich bin sonst nicht im Namen mehr gut, weil er ist geschrieben Posehn, heißt der Nachname, der spielt ja bei The Big Bang Theory, den Bird, der ist das, der Charakter, der spielt auch in der zweiten Folge von der TV-Serie mit, das ist da so dieser Althippie-Kiffer und der hat mit dem Rick Remender auch schon mal zusammengearbeitet bei dem Comics The Last Christmas, da war es vom Brian Posehn geschrieben. Und jetzt fällt mir ein, was ich noch sagen wollte, ich wollte sagen, der O-Ton ist bei der Serie schon etwas schwerer, also tut ihr euch auch damit einen Gefallen, hört mal rein, wenn euch das nicht liegt, probiert es auf Deutsch, da versteht ihr wesentlich mehr, weil das ist durch die ganzen Slangs und die vielen Monologe schon sowas, das guckst du nicht mit einem Auge, da konzentrierst du, dich komplett drauf und das dann am besten deiner Muttersprache oder einer Sprache, die du gut beherrschst. Liebe Leute, wir mussten uns das auf Englisch reinziehen, das ist zwar originaler und cooler und der Slang und der Dialekt Hammer, aber für uns, für mich ist es eine Fremdsprache, da mitzukommen, das war schwieriger, schön, dass es auf Sci-Fi auf Deutsch kommt. Malon, das ging dir auch so, ne? Ja, mir ging es auch wirklich sogar so, vor allem, weil ich es halt abends so nach der Arbeit angeschaut habe, so nebenbei, das hat auch nicht immer so gut geklappt, muss ich sagen, also ich musste auch ein paar Mal zurückspulen, so ach Moment, was war jetzt da eigentlich nochmal, wie ist das jetzt passiert? Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ja. Aber ich meine, ich hab, also ich muss auch sagen, ich finde Serien eigentlich normalerweise immer einfacher, anzuschauen auf Englisch, aber dieses Mal war es echt andersrum, also Filme sind normalerweise immer härter, finde ich. Ne, in dem Fall ist für mich der Comic wirklich das stimmigere Gesamtpaket, auch wenn die Serie ein paar interessante Kniffe hat, die sie eben nur im Serienformat bringen können. Ja. Ne, ich meinte jetzt, ich meine nicht, dass die Serie jetzt besser als Film funktioniert, jetzt halt ich meinte jetzt von der Synchro her, also halt einfach, wie man sie verstehen kann, so. Genau, also TV-Folgen ist einfacher als im Comic zu folgen, aber wenn's Englisch so schwierig für uns ist, ja. Ne, aber ich hab jetzt auch schon öfter in PV was, in PVs was gesehen, das war jetzt nicht wirklich schwierig, aber das war dann auch eher so ein einfaches Englisch, da kann man fast schon sagen, das ist wie so ein bisschen Alan Moore fast schon gehobeneres Englisch, dass man da ein bisschen mehr konzentrierter bei der Sache sein muss, ein bisschen redegewandter im Amerikanischen sein muss, um das dann zu verstehen. Ja, also wenn du mir jetzt Buffy zuschiebst, Buffy auf Englisch ist viel, viel leichter zu verstehen. Oder Friends zum Beispiel auf Englisch. Ja, als jetzt, aber wenn ihr mutig seid, wenn ihr wach seid, wenn ihr zuhören wollt, guckt auch mal die englische Spur, weil es hat auch so einen eigenen Charme, ist geil. Nicht, weil es original ist, sondern weil es cool rüberkommt, weil es spielt halt in Amerika und deswegen passt's. Ja, völlig unwichtig, aber ich bin ja der Abschweifer. Der Lex, einer von den Rattenpunkern, der hat eine Frisur wie der Natsu von Fairytale. Ja, danke. Jetzt können auch Manga-Leser die Serie gucken. Wollte ich auch nur noch mal einen Querverweis machen. Ich weiß gar nicht, ob ich alle wichtigen Punkte erwähnt habe, aber es gibt ja nicht nur wichtige Punkte. Liebe Leute, Abschweifungen sind dazu da, um wichtige Punkte ins Verhältnis zu den unwichtigen Punkten zu stellen. Es gibt ja auch noch jede Menge unwichtige Punkte, die genauso wichtig sind, aber die müssen jetzt hier nicht erwähnt werden, weil ihr wollt ja jetzt langsam zum Ende kommen. Ich finde beides sehr gut. Die TV-Serie finde ich gut. Da fällt es mir leichter, vielleicht einfach weiter zu gucken, weil ich zur Zeit Mittwochabends vielleicht sogar Luft habe. Comic zu lesen, ich lese sehr, 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 eckige Klammer auf, noch viel mehr, sehr, eckige Klammer zu, Comics und komme nicht nach im Verhältnis, weil ich noch mehr Comics kaufe, alles zu lesen, aber eigentlich würde ich die Serie theoretisch doch weiter verfolgen. Mal gucken, wie mir der CrossCult entgegenkommt. Ich fand Softcover, Paperback jetzt halt nicht so reizvoll, es zu kaufen. Schöner wäre es, wenn es bei Splitter erschienen wäre mit allen Bonussen, Extras, die es gibt. Und hier muss man sagen, CrossCult macht das ja auch. CrossCult hat in den Banden Vorwort, sehr schön, Nachwort, sehr schön geschrieben, plus alle Variant-Covers und alle Covers von der Serie als Bonus-Material hinten dran, auch sehr schön. Bei Panini war das auch schon so mit den Covers, alle abgebildet. Früher hat Panini oft Seiten gespart, indem sie Cover verkleinert, vier pro Seite gemacht haben, heutzutage oder zumindest in dem Fall ist immer eine Seite ein Cover, so gehört sich das. Panini sehr gut gemacht, CrossCult sehr gut gemacht, das gehört alles dazu, das darf man dem Leser nicht vorenthalten. Finde ich auch sehr schön, runde Sache, positiv, das Einzige, was nicht positiv ist, wie der Andi sagt, sich damit abfinden, dass in der echten Welt und auch noch in der fiktiven Welt so viel Gewalt immer überall ist. Das fand ich schon als Kind schwer erträglich, als Clever und Smart gelesen haben. Das ist so extrem. Und dann hatte ich aber schon als Kind Freunde um mich rum, ich weiß nicht, ob das was mit deren Verarbeitung dieser Gewalt zu tun hat, aber die immer so getan, wie, hey, das finde ich so cool, finde ich witzig, sind aber auch die gleichen Leute, die nachts laut singen, wenn sie allein im Dunkeln durch die Gegend gehen, weil sie eigentlich schon Schiss haben. Gewalt als witzig, schön zu reden, weil sie nicht wissen, wie sie sonst mit umgehen sollen. Gewalt ist eigentlich gewalttätig. Ich finde das nicht witzig. Manchmal gibt es das als Stilmittel. Cool. Hier finde ich einfach nur, ich selbst bin leider schon eine Weile Mensch in dieser Welt. Ich selbst bin abgestumpft, das finde ich sehr armselig an mir selbst, aber ich habe es gar nicht so aggressiv extrem wahrgenommen wie du jetzt. Also finde ich gut, dass es noch so Menschen gibt, die menschlich sind. Vielleicht auch die veränderte Lebenssituation, gerade die da vielleicht so ein bisschen... Meinst du jetzt bei dir? Bei mir. Ja, vielleicht bei mir ja auch. Also ich habe meinem Arbeitskollegen zu den Neujahrsvorsätzen 2018, also letztes Jahr, gesagt, ich werde gewalttätig und der hat mir vorgeworfen, dass ich es bis heute noch nicht umgesetzt habe. Ich bin voll der liebe Menschen. Also die Leute, die mich nicht kennen, die müssen es nicht glauben. Leute, die mich kennen, die wissen es. Ich mag Bone, ich mag lauter niedliche Sachen, weil ich beschäftige mich gerne damit und das war mir eine Spur zu brutal, aber das schreckt mich jetzt nicht ab, weiterzulesen, weil es so geil gemacht ist, der Comic, die V-Serie so einfach zu gucken, schöne Farben, auch gut gemacht. Super, alles klar. Junge, ist deine Liste abgearbeitet? Jetzt musst du es nochmal betonen, du hattest ja wirklich eine Stichpunktliste und ich habe das ganz selten. Ich hatte das ein einziges Mal, dass ein Gast bei mir im Cast wirklich mit einer Stichpunktliste angerückt ist und Sachen abarbeiten wollte. Gibt es noch Punkte, die wir jetzt unbedingt erwähnen müssen oder kann der Marlon endlich Abend essen? Ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, dass der Autor auch noch die Serie, wie heißt sie denn, die mit den, wo unklar ist, wer die Bösen sind, Seven to Eternity, die hat er auch noch gemacht, die müsst ihr auch noch lesen, liebe, liebes Publikum, die ist auch saugeil. Könne ich nicht, muss ich erst so sagen. Sehr gut, dann haben wir unsere Komplettistenpflicht hier auch erfüllt. Jungs, es war mir eine wahre Freude, dass wir uns heute zusammengesetzt haben, ihr müsst euch das vorstellen, hier an euch da draußen, und wir sitzen hier mit einer ganzen Menge Kabeln in der Stadt am Rande des Universums. Hier gibt es WLAN, das ist schon beeindruckend genug und hier sind ganz viele Sachen und so, das sieht echt gerade spannend aus. Marlon war uns zugeschaltet. Marlon, ich danke dir vielmals, dass du dir trotz deines leeren Magens die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Ich freue mich auch schon auf unsere nächste Besprechung, wie auch immer die sein wird. Ich möchte es erweitern, hier auch auf meine Gäste hier vor Ort, genau genommen sind wir hier, der Gast, also sowohl auf den Gast, den ich mitgebracht habe, den Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit und letztlich auch den Gastgeber des heutigen Abends. Vielen Dank, Leger Legende, auch für deine Vorbereitung und deine Ausführung zum Comic und zur Serie. Ich mache es mir nicht immer einfach, deswegen ist das leider keine Stichwortzettel, sondern ausgeschriebene Sätze und da die Stichworte zu finden, ist voll schwierig. Halleluja. Ein geskripteter Podcast. Sehr gut. Ich war ja auch in diesen anderen Podcasts, wo der Typ wirklich diese lange Liste dabei hat. Das war wirklich beeindruckend. Da war sogar ich so, Alter, das war übel, das war, ja, da ging es um Watchmen und da war wirklich eine mächtige Stichpunktliste. Der Andi war das, Andi Rössel, glaube ich, den werdet ihr auf jeden Fall nochmal hören bei uns, zu dem habe ich auch Kontakt. Es liegt aber auch an Watchmen, du brauchst bei Watchmen eine lange Liste, wenn du alle Stichpunkte dabei haben willst. Damit werden wir jetzt nicht anfangen, wir fangen jetzt nicht an über Watchmen zu sprechen. Nein, ich sage nur, es gibt Abhandlungen zu Watchmen, die sind komplexer als der Comic selbst. Halleluja. Jungs, vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Lasst krachen, gute Nacht, guten Appetit an euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram, beim YouTube Upload oder in diesem geheim ominösen Blog, den es da draußen im Internet gibt. Danke und tschüss. Auf Wiedersehen. Tschö. Tschö. hören. Applaus 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 David Radio